Hallo, hallo, wer ist da? Ah, ich hab gesagt, yo, 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 mein Mikrofon hat nicht ausgeschlagen. Vom in meinem Stream, du hast eine Whitecard gewonnen. Und damit hast du die Möglichkeit, mit der einfachen Beantwortung von 25 Minecraft-Fragen einen Giant-Traumwagen zu gewinnen. Oh mein Gott, oh mein Gott, Basti, ich liebe deine Videos. Ja, ja, wir sind alle die GAG-Community und deswegen verschenken wir Autos. Du musst mir nur ganz simpel diesen Vertrag unterschreiben und danach die 25 Fragen beantworten. Okay, ich hab unterschrieben, was jetzt? Und jetzt musst du von meinem neuen Partner dieses Versicherungskonzept dir einmal angucken, deinen Eltern zeigen und einfach mal deinen Namen drunter schreiben. Klar, mach ich kurz, einen Moment. Haha, sehr gut. Okay, ich bin wieder da. Ja, okay, dann sage mir, wie craftet man einen... Ja, einen. Einen. Ja. Einen. Ja. Smoker. Acht Öfen und ein Stück Kohle. So, jetzt. Oh, richtig. Antwort zwei. Frage zwei. Wie craftet man einen Daylight-Sensor? Oh, oh. Es wird ganz, ganz schwierig. Close Zone und ein Red Zone drüber. Oh mein Gott, Bro. Ist das alles? Easy, what the fuck. Hä? Yeah, alright. Ähm. Mh. Nee, ich weiß nicht, der Joke ist jetzt vorbei. Wenn ich jetzt das dritte Item sage, dann ist es nicht mehr so lustig. Ja, wie macht man einen Daylight-Receiver? Ich weiß es nicht. Daylight-Sensor. Du brauchst drei Holz-Slaps, dann drei Quarz und dann drei Glas. Sorry, Receiver, ich habe mir gerade eine Stunde nach NFL-Videos angeguckt. Sorry, ich war gerade noch im Falschen. Ja, ich habe dir in den Chat geschrieben, du hast meine Nachrichten nicht appreciiert. Was hast du geschrieben? Was hast du geschrieben? Ich war ein cooler Chatter, coole Emote-Kombination. Das ist keine Reset-Message. Doch, habe ich. Na, dann würde es das auch erklären. FB Pass Punch-Trees, Digga. Ja. Ich bin ein bisschen OG, weißt du? So eine Würzung, so ein bisschen aus, ein bisschen Edgy-Chatter, so ein bisschen so einer. Aber auch ein bisschen OG, weißt du? Ich bin schon ein bisschen länger unterwegs. Bro, Punch-Trees ist auch so ein geiles Film-Rot, einfach. Digga, du hast seit 87 Monaten Sub, Bro. Es wird bald passieren, dass du seit 100 Monaten Sub bist, ne? Wenn er diesen Jahres, nee, Anfang nächsten Jahres. Du hast dreistellige Subs, ne? Ja, du nicht. Das ist cool, oder? Nee, ich bin nächstes Jahr erst 100 Monate Twitch-Partner. Oh, scheiße, Dinger. Ich habe in einem Monat, man muss noch herausfinden, wann genau, ich glaube am 14. Ich mache das seit 10 Jahren hier, Bro. Boah, ich werde dir so die Jubiläumspartner-Nachricht rein-spellen mit dem Scheiß-Hut. Nee, es ist aber nicht, es ist nicht diese, es ist nicht diese Partner-Jubiläum. Ich bin seit 10 Jahren einfach nur Accounting-Sel. Unfassbar krass. Ich muss aber ganz kurz darüber nochmal up-ranten, weil ich das letztens hatte. Du kannst dieses Ding auch aus-schalten, aber du kannst das nicht aus-schalten, während dein Jubiläum läuft für 48 Stunden. Das ist so kacke. Diese Wichser, Dinger, ich schwöre. Ja, wahrscheinlich haben sie den Typen, der das fixen sollte, haben die jetzt wahrscheinlich auch gefeuert. Also ich gehe davon aus, dass da jetzt nicht in naher Zukunft der Fix kommt. Naja, ein Jahr, also für ein Jahr ist es mir jetzt auch egal. Aber Papa Platte, 10 Jahre, 10 Jahre haben wir dich schon. Wir sind sehr dankbar dafür, du bist der Beste. Yeah, du auch, du auch. Ich meine, ey, Sonntag haben wir die 8 Jahre Daily. Äh, ja, ich bin ganz kurz mir das. Hanna hat gesagt, wir sollen dir Bescheid sagen, dass bei den Eintracht gerade Baby-Romatra läuft. Ich check's nicht. Hallo, wollte nur sagen, ich bin am 18.1. in Köln bei First Dates. Ach du Scheiße, Dinger. Ach du Scheiße, Dinger. Bei allen LFL-Fragen fragt doch einfach Otto, der spielt selber bei den Rhein-Fires. Äh, ich kenne genug Leute, Bruder. Ich kenne genug Leute sonst. Äh, Basti, ich möchte mit dir, äh, ich möchte mit dir mindestens ein oder zwei Runden Bad Wars spielen. Ich habe gar nicht gesehen, dass du Bad Wars offen hast und ich habe Bock auf Bad Wars. Badity, Bad Wars, du hast jetzt nur noch knackige 2 Stündchen Basti-Time auf deiner Uhr und du willst die mit Bad Wars filmen? Ich glaube schon, aber wir können auch was anderes machen. Ich bin auch für die Sachen, die wir eigentlich vorhatten, ab. Aber ich habe jetzt gerade Bad Wars gesehen und dann dachte ich so, oh, Dinger, da hätte ich auch Bock drauf. Dann komm, es wird eine richtig eklige Stream-Sniper-Geschichte. Aber eine Runde, eine Runde machen wir. Okay, 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 was, äh, was, oh, ich hab, hm, 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 hm. Ich hab, äh, ich hab Minecraft nicht. War, warte, was, hast du nicht? Du hast es einfach nur, weil du einen neuen PC hast wahrscheinlich, ne? Du hast es jetzt durch den Spiel nicht gemerkt. Nein, ich habe meinen PC machen müssen wegen der SSD und ich habe Minecraft. Und du hast nicht als allererstes Software Minecraft runtergeladen? Ich schäbe mich ein bisschen zu sagen, aber ich habe selbst League of Legends installiert, bro. Aber Minecraft habe ich vergessen. Bruder, ich habe wirklich viel installiert, ne? Ich habe Elden Ring installiert. Ich habe selbst Poli Bridge 3 installiert, bruder. Digga, was ist mit dir los? Wo bist denn du abgeblieben? Wo bist denn du falsch abgebogen in 2024? Du bist aber mit einem gewaltigen Salto hier reingerutscht ins Jahr. Digga, ich habe Minecraft ein bisschen shit-talken und nicht installieren. Ich habe sogar Wallpaper Engine runtergeladen, bro. Und ich benutze das nicht mal. Digga, ist der cool. Da hast du dich dahin gesetzt und bist da, da habe ich dann wirklich... Ja, Minecraft war irgendwie nicht so auf meiner Liste. Hast du aber Rocket League runtergeladen? Ja, habe ich. Das ist zumindest gut, weil Rocket League ist echt auch groß. Ich habe auch irgendwie sehr krass Bock, mit dir Rocket League zu spielen. Weil ich glaube, es wird zumindest lustig. Ja. Ja, auf Rocket League freue ich mich auch sehr. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas neu einstellen muss oder ob sich das eingestellt lässt. Okay, ich glaube, ich glaube, ich bin jetzt bei Minecraft ein. Es dauert zwei Minuten. Ja, okay. Ja, wir machen nochmal zwei Minuten Spots rein. Ja, wir machen nochmal die Werbung rein. Ey, ich bin gerade in der Werbung, Digga. Ist halt, das Stream-Martin-App nicht so hart, Digga. Oh mein Gott. Ich brauche die Maske. Ich kann mich gerade bei... Es kann sein, dass ich mich nicht einloggen kann, bro. Microsoft hat gerade Login-Probleme. Scheißen-Dreck, Digga. Ey, Ayumi, ich habe es glaube ich noch nicht gesehen. Aber danke für die Filme. Und dann ein bisschen Rocket League kurz abheben und dann hau ich dir ein paar Schiffe weg. In Chat. Warte, warte, ich war schon ermütet. Lass mich einmal probieren, Stein. Ein zweiter Versuch, wenn das nicht geht, dann gehen wir rein. Bei dir ist die Festplatte abgeschmiert, ne? Ach, Bruder, hör mir auf, Digga. Die SSD hat's gefickt, Mann. Hör mir auf. Hör mir auf. Alle lachen über die HDD. Ja, alle lachen über HDD, Digga. Aber dann boom, der SSD schmiert ab. Zuverlässig war sie am Ende. Ey, bin ready, bin ready. 1,20, 1? 1,8. Also kannst du auch 1,20 spielen, ist egal. Okay. Bei dir macht's eh keinen Unterschied Spaß, Alter. Kann man, kann man, warte, spielen wir Hypixel? Wir spielen Hypixel, ja. Hypixel. Kann man da spammen? Ja, nett. Äh, ja. Ach so, ah, okay. Ey, du weißt schon, dass wir jetzt kurz noch ein paar Leute racken. Also wir gewinnen jetzt. Wir machen jetzt eine Runde, ein Win. Ja, und ich zerstelle meine gesamte Minecraft-Kredibilität, dass ich jetzt... Ey, es wär so geil, Basti, dich mal in einer Win-Challenge dabei zu haben, aber ich weiß nicht, was alles Basti-GAG-Friendly-Games sind. Aber eine Basti-GAG-Win-Challenge... Natürlich weißt du das. Ja. Natürlich weißt du das. Ja, aber ich meine, also, guck mal, was könnte man machen? Wir könnten League of Legends machen, wir könnten Rocket League machen, wir könnten Minecraft machen. Ah, ja, hau mal LoL rein. Jo, Leute, wir machen eine Win-Challenge, bis ich jetzt hol Back-to-Back ein LoL-Win, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ja, natürlich könnten wir das machen. LoL-Win wir hinbekommen. Okay, ich muss kurz Minecraft einmal downloaden, dann bin ich ready. Okay, erzähl mir. League of Legends, ja. Also, grundsätzlich wärst du mal dabei, wenn wir mal eine planen, wenn das alles Games sind, wo du, die du zocken kannst quasi, also im Sinne von, die nicht Shooter-mäßig irgendwas sind, also die du zocken würdest an sich. Ich würde, ich würde mir eine Sprachnachricht dazu anhören. Eine Antwort musst du vielleicht nicht hundertprozentig erwarten, aber ich würde sie mir anhören. Ja, okay, wäre geil, ich hätte sehr Bock drauf. Ich meine, du bist ja auch ein sehr ehrgeiziger Typ, dir wäre das schon sehr gut gefallen. Ich bin sehr ehrgeizig, was mich dann auch insgesamt sehr unentspannt werden lässt. Ja, aber das ist der Vibe, das ist der Vibe. Ah ja, alles klar. Ja. Ich sag dir so viel, du weißt nicht, was wir, also was wir morgen machen, oder? Ihr spielt Minecraft? Presente to enable the narrator. Ja, dass wir in einer Session ohne Schlafen alle Items, alle Achievements und alle Monster holen werden. Äh, warte, was macht ihr? Alle Items, alle Monster, alle Achievements in einer Session ranholen und schlafen. Und mit wie vielen Leuten? Neun. Ist das nicht easy? Ja, deswegen machen wir das. Das wollte ich eigentlich am Ende damit aus, ähm, ja, das war das Ziel, dass wir einfach mal zeigen, wie einfach dieses Spiel ist. Naja, bei Realtor, wie schwer ist das mit neun Leuten? Warte, was, wo wird's schwierig? Ähm, naja, bei allem, bei eventuell 1234 Items sammeln, die auch seltensten Monster, die es im Spiel gibt, sammeln, ähm, die krassesten Achievements halt auch unter anderem machen. Natürlich gibt's auch von allen drei Kategorien leichte Sachen, aber eben leider auch sehr schwierige und RNG-abhängige. Äh, okay, gut, verstehe. Ja, aber geht hier hin, geht hier hin, I believe. Ich wäre auch ultra gerne dabei, Bro, aber leider ist mein PC schon weg. Bruder, jetzt ist mein PC jetzt wahrscheinlich hier, ich könnte sogar mitmachen, aber... Ich glaube, ich werde lieber den Off-Day machen und packen. Du wärst doch am 14., oder? Äh, ja, früh. Ne, wir sind ja am 14. noch da. Achso, stimmt, ne, da kann ich doch nicht da sein. Oh, Mist. Verdammt. Real Talk, ich glaube, ich wäre wirklich sehr gerne dabei. Ich glaube, das wird so... Dings Nummer 2, oder? Wie sagt man das? Netherite Beacon 2.0. Netherite Beacon 2, ja. Ich will nur ganz kurz daran erinnern, ich glaube, du warst auch einer von den Leuten, die gesagt haben, Netherite Beacon ist doch auch einfach, oder? Das war auch einfach, das war nur ultralange. Das war die Hölle, ich will es nie wieder machen, bitte, erinnere mich nicht an. Okay, bin ready, hypixel.net. Yes. Okay, dann schneid euch mal an, ihr Kids. Ihr werdet jetzt umgeworfen von Basti. Ich hab dich mal eingeladen, Itzap hat dich eingeladen. Ja, Bruder, ey, ich muss hier noch, ich muss hier noch ein paar Sachen einstellen, Bro, mein ganzer Bildschirm ist voll. Wie heißt du, du musst noch mal einladen, bitte? Itzap. Ah ja, hier. Warum meinst du Itzap? Du kannst die rückwärts. Ja, ich weiß, aber kannst du nicht nennen, wie du willst? Oder bist du auf 2er Account? Nee. Ey, Bro, du kannst dich hier go machen, what the fuck? Natürlich. Digga, oh mein Gott, Bro, mein GY. Slow Iron, sei wach, es ist Slow Iron, Kevin. Wir brauchen mehr Ressourcen, komm doch hier rein, bitte. Alter, tschüss, man. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Let's play Bad Wars. Heute mit dabei, mein neuer Special Guest. Jo, hallo. Papa, 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 Papa hat jetzt auch einen neuen Minecraft-Kanal gestartet. Wenn ihr mal unbedingt auf ein paar geile Let's Play-Folgen, dann schaut doch mal unbedingt bei meinem Kuppel-Papa-Platte vorbei. Genau, schaut mal vorbei. Ja, Michael ist mein Leben. Okay, ja, ich bin ready, let's go. Dann lass mal ein paar Leute ficken. So, okay, wir kommen hier rein, Basti, wir teilen uns, wir dubbeln das Eisen. Ja, da ist nicht mehr so viel drin und wir werden schon angegriffen. Quatsch, werden wir nicht, nein, nein. Oh, das stimmt, ich bin mir das ein. Kevin, du musst verteidigen. Oh, naja. Hab, bin tot. Ja, perfekto. Und sein Wett ist weg. Geil! GGs. Ich hant den. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Down. Ich hab seinen Staff. Ich hab drei Diamanten. Gut, 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 gut. Komm zurück mit der Ware, komm zurück mit der Ware. Bin zurück. Es hat eine Slow Ironman, eine Slow Ironman ist halt echt jetzt auch hardcore und cool, muss ich sagen. Können wir uns einfach beide hier reinstellen, geht es? Ja, dann können wir eh den Staff wieder doppelt, das ist ja gut. Ja. Er wird jetzt wieder kommen, ich werde mich vor dich stellen. Oh. No, GG. Alright. Hast du alle Einstellungen? Alle Einstellungen? Ich glaube schon, muss ich irgendwas neu einstellen, Chad? Überlegt mal, fällt euch noch irgendwas ein? Bro, diese Lobbys werden so schrecklich gehören. Na, das ist gut, Bruder. Ich überlege, ob ich noch irgendwas anderes einstellen muss. Daraus ist das scheiße Map, die Map ist kacke. Ja, kann ich ganz schön nochmal auf Toiletti gehen? Nee, egal, ich brauch nicht, ich brauch nicht. Oh, ich brauch noch F5, F5 brauch ich noch. F5 brauch ich noch einmal. Jetzt, wenn man Minecraft neu startet, ist da Dings noch an. So Auto-Walk, dass man so eine Stufe hochläuft und so ein Scheiß. Du musst das auch, wenn du Controls musst du Auto-Jumper sein. Nee, ist alles aus. Ist alles aus, oder? Nee, ist alles aus. Okay, die mal ein bisschen geiler. Ich glaube, es ist wegen Badline alles schon aus, automatisch. Passe, wie geht's dir denn heute? Wir haben noch gar nicht über dich geredet. Oh, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Das ist ja lieb von dir, mein Mester. Ich wünsche dir nur das Beste, was deines Freundes Wünschen und Hoffnungen alle in Erfüllung gehen. Nee, mir geht's ehrlich gut, also alles super. Nein, mir geht's ehrlich schlecht. Komm rein, in die Loot-Grube. Ja, es kommt schnell, es kommt sehr schnell, oder? Ja, davor war auch eine richtig ungeile Slow Iron Map. Ich baue mich direkt mal rüber, du kannst unser Bett mal einbauen. Nur mit Wolle, reicht schon. Jo. Nachrichtscheffe. Du kannst auch gerne mit ein paar Blöcken und vermutlich einer Schere auch schon nachkommen. Linke Seite rüber zur anderen Base. Ja, ja, einen Moment. OMW. Deren Bett. Boss, alter Boss. Okay, ich glaube, wo bist du? Bei unseren Nachbarn. Brauchst du Hilfe? Das Team ist tot. Was sind der Gamer wieder zugeschlagen? Okay, ich baue uns in die Mitte zu den Diamanten, glaube ich. Ja, clever. Aber hab deine Augen überall. Der Gegner wartet überall, an jeder Ecke in Minecraft. Dicker, ist das krank. Hast du noch ein paar mehr Blöckis? Klar doch, glaube ich, sieh. Vamos a ver. Klingt geil. Soll ich auf, ich warte noch wegen Eisen mit einsammeln? Können wir die zusammen nehmen? Ja, clever. Man sieht Chat wegen der Team-Anzeige nicht gut. Äh, boah, war schattbar ein bisschen teurer. Ich kann hier hingehen. Oder hier. Ups. Ja, das ist top, oder? Ich kann hier hin. Warte, geduldig noch. Ich bin in sechs Sekunden da. In fünf, vier, drei, zwei, eins. Da bin ich. Easy gedoubelt. Easy dupe. So, dann hol ich mir den. Äh, was holt man noch mal als erstes mit Gold? So, Kevin, Papa-Platte. Wir werden. Oh, ich bin muted. Was holt man noch mal mit Gold als erstes? Rüstung, ne? Mit zwölf Rüstung. Ja, eigentlich safe für Rüstung. Ich mach mal in die Dings-Kiste. Okay, ich brauch noch ein Gold, dann hab ich's. Okay, ich hab. Ich hab Eisen, easy, easy. Sehr gut, warte, dann warte ich auch noch mal schnell auf zwei. Weil dann kann ich mich auch holen. Jo, warte, dann können wir auch dupen, Bro, wenn eins kommt. Hier sind die Map... Jetzt, 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 jetzt. Du hast eins, ich hab auch eins, hier. Ja. Easy dupe. Die Map ist richtig krass voll mit Emerald. Oh, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da, da kommt, da, 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 da kommt, äh, Gobby. Ich fick seine Mutter. Okay. Okay, hat nicht geklappt, leider. Oh, der holt sich da jetzt den Loot, ne? Aber lass ihn bestrafen dafür. Mich würde anders hin, wo sein Teammate ist, ehrlich gesagt. Wo ist ein R überhaupt? Hier unten in der Base, Bro. Brauchst du Hilfe? Du kannst gerne... Komm, ja. Du solltest ihn clean können. Hab. Sehr gut. Sorry, ich war ein bisschen late. Ich dachte irgendwie, du hast ihn alleine und ich kam nicht so richtig gut runter. Wo hast du denn, wo hast du denn gedacht, wo er dann ist, wenn nicht unten in der Base? Ähm. Ehrlich gesagt, hab ich gar nicht gedacht. Okay. Ja, ist ein langer Tag, Mann. Was soll ich sagen, Digga, Alter. Ich musste heute schon mit den Leuten reden und Fischstübchen essen onstream. Pff. Ja, Mann. Danke für deinen Einsatz, Bro. Okay, den Ding, Digga. Okay, sollen wir die Base ein bisschen mehr einbauen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich sollten wir in die Mitte gehen, aber wir werden wieder gerusht von Weiß. Sehr interessante Wahl auch des Gegners von Weiß. Erinnert ihr euch, wo ihr eine Stunde für Bad Wars Hunden gebraucht habt, weil früher nicht so geschwitzt wurde? Kannst du da ein bisschen Stress machen? Ja, 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 ja. Kommt jetzt, er fällt. Spaß, jetzt. Spaß, doppelt Spaß. Warte mal, hä? Hast du mich runtergeworfen? Bro, ich kann dich nicht schlagen. Wo warst du? Hä? Wieso? Ach, das warst nicht du? Das war der Gegner! Oh mein Gott! Sorry. Ich hab dich verkauft, Bruder. Ich hab uns verkauft. So viel dazu an der Stelle. Oh, Diggi, ich dachte, du bist der Erste und läufst von ihm weg. Diggi, du warst schon tot. Ich war nicht tot, Bro. Ich hab die beide fast alleine gekillt, weil du... Wahrscheinlich war ich schon tot. Hä, wo warst du denn? Von wo warst du? Bro, ich war hier und habe gegen beide auch gekämpft. Hä? Okay, das check ich gerade nicht, Bruder. Das macht keinen Sinn. Der TNT, der Kollege hier? Ich spiel nicht zu offensichtlich, Bro. Du gehst viel zu offen rein. Wir haben kein Bett. Ich geh das hin. Einfach ein bisschen chillig. Oh, schön. Oh, schön. Easy Frack. Lass uns eventuell drüben die Base nochmal looten. Ja, ich hol mir ganz kurz nochmal ein besseres Schwert. Zehn Iron. Ach, Diggi, ich hab mich Pfosten, Alter. Ja, okay, komm mal. Und dann müssen wir mal ein bisschen die Mitte aufräumen, Herr Mösser. Ja, 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 ja. Ich... Ich warte hier. Nee, du kommst zur Base rüber. Achso, wir wollen dupen. Ja, okay, okay. Check, check, check. Oh, mein. Ich bin noch nicht so richtig am Start gerade, muss ich dir ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum. Aber ich bin vielleicht noch ein bisschen krank. Okay, rein. Schön. Easy Dupe. Ich, ähm... Boah, was hol ich mir? Ich hol mir ein Eisenschwert. Genau. Einfach ein bisschen jetzt, dass du stabiler equipped bist. Boah, was hol ich denn noch? Was holt man denn noch mit Gold? Ich hol mir noch Goldäpfel 2. Oh, ich gäbe es. Genau. Okay, bin ready. Okay, dann lass uns mal langsam in Richtung Mitte bewegen. Halt immer ein bisschen schön Ausschau nach... Feuerballen. Klar. Digga, der Fast Bridge-Daw, holy shit. Das ist doch ein God Bridge-Daw hier vor mir. Ich musste mich jetzt gerade nirgendwo hin bridgeen, aber... Weißt du, was wir machen? Wir gehen auf Weiß, weil da... ...haben wir gerade einen 2v1. Ja. Digga. Ich bin im Block gestuck. Kevin, du kriegst das aber bestimmt alleine. Ich war schon im Fluch, Digga. Ich war schon im freien Fall, als du was gesagt hast gerade. Digga, mich hat schon die 9,81 Meter pro Quadratsekunde... ...haben mich schon gecatcht in dem Moment. Ich war schon ordentlich am Beschleunigen da. Ja, ich bin doch auch... Ja, sorry. Was soll das sagen? Nichts. Ich würde nichts sagen. Ich möchte jetzt einfach nur gewinnen. Alle gut kriegen die 3. Ja, du hast recht, Mann. Sorry, ich bin auch noch nicht so warm, Digga. Weißt du, die Hände, die Armgelenke, Bro, die sind noch nicht so ready heute. Verstehe ich aber auch. Kevin, zusammenreißen. Ach, Digga, ich bin alleine in der Runde getrunken. Wie ist das passiert? Jetzt kracht es ja auch richtig rein langsam. Bro, was machst du? Bro, bist du alleine? Wie, was machen? Bro, du bist aus der Runde gegangen. Nein. Du hast mich nicht eingeladen. Wieso sollte ich dich einladen? Du bist vom Server gegangen. Hä, wo bist du, Basti? Ich bin hier. Bro, du bist vom Server gegangen. Was? Ich bin hier. Ich bin auch bei hier. Wo bist du? Ja, okay. Wie komme ich hier raus? Hub. Warte, kann ich? Bin im Hub. Komm, mach neue Lobby. Nein, jetzt ganz gut. Nein, rejoin. Komm, rejoin. Wir spielen jetzt zu Ende. Komm. Slash rejoin. Dann rejoin doch. Ja, okay. Okay, gucke rejoin. Warum bist du dann vom Server gegangen? Mann, Bruder, ich bin wieder reingetappt und bin irgendwie genau auf den Disconnect-Button reingetappt. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Okay, Bro, guck mal, guck mal. Wir haben jetzt Handicap, aber wir gewinnen jetzt trotzdem, sag ich. Ganz ehrlich, wer oder was soll uns jetzt aufhalten, Basti? Eben. Ich weiß auch bestimmt nicht, was uns aufhalten soll. Was liegt hier? Ein Geschenk? Was ist das? Nichts. Also bringt nichts. Okay. Kannst du meine Internetfreundin, die Sabbelmarie, grüßen? Ähm, liebe Grüße an die Sabbelmarie. Kuss. Ach, Basti, bist du schon wieder verreikt? Hey, Kevin, retalk. Okay, geht. Bann den Wogen nicht. Nee. Was in der Runde passiert? Ja, nix, weil du stirbst. Ich werde es nicht wie in Rocket League, Alter. Oh mein Gott. Er hat in Minecraft schon keinen Respekt vor mir. Warte mal, Basti. Dann bau du... Dann geh du... Oh mein Gott. Oh, war da Karma direkt? Ach, ich habe es vermisst. Du auch, oder? Nein. Das dachte ich mir. Wir haben irgendwelche deutschen Streamsniper. Ich will die Traglas direkt in die nächste Runde. Nein, 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 wir zocken die. Die haben wir doch. Ja, komm, drop runter, wenn du dich traust. Ja, Bruder, was macht der jetzt hier oben chillen? Oh, okay. Er hat aufgewartet, dass wir gehen. Okay, check. Okay, Bruder. Alter, oh, die Schnee, der wurde ich krass gesweatet. What the fuck? Ich dachte, man hat immer noch hier so ein Ranked-System. Ich dachte, es ist überschwer, hier nachzujoinen. Hast du ihn gekleppt? Ja, beide tot. Boss. Du bist krass. Ja, mach das. Hätte ich auch heute mal schnell in den Neuen gezogen? Solltest du eigentlich? Jetzt mal retalk. Ich gucke mir jetzt den Clip an. Was hast du vorhin gemacht? Wo ich gelieft bin? Ja. Ich bin reingetippt und habe aus Versehen auch den Disconnect-Button dabei gedrückt. Achso, oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat in Minecraft schon keinen Respekt vor mir. Warte mal, Basti. Dann bau du... Dann geh du... Ohaah! Okidoki. Hey. Hey meine Lieben. Willkommen zurück heute mit dem Basti. Hier ist der Basti. Ich habe die Map noch nie gesehen. Ich glaube ich auch nicht, oder? Obwohl doch, ich glaube schon. Ok, ich baue Bad ein. Achso, du machst schon. Sollen wir zu Blau rüber? Ich weiß nicht, wie smart. Ich glaube, Siderush. Aber Blau hat meine Cosmetics, von daher wird auf jeden Fall Blau uns angreifen. Ok, Blau ist jetzt mal runtergefallen. Der hat auf jeden Fall... Kein Bock mehr. Wollen wir erst auf diese Diamant-Plattform vor uns pushen? Ja, ja, müssen wir, weil Blau wird uns angreifen. Digga, was macht denn Blau? Digga, der zittert, weil Basti hier gehen in der Lobby ist. Du musst hoch, du musst hoch, du musst hoch, du musst gucken, was der Gegner macht. Ja, ich kann das nicht. Ich kann nicht bauen, ich kann nicht bauen. Was? Es geht nicht... Achso. Bin da, bin da, bin da. Wenn du willst, kannst du als Krüder mal vorrushen. Hast du eine Schere? Nee, ne? Doch, habe ich. Dann... Geh ich vor und du baust ab. Ja, ich bin auch... Habs, hab, 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 hab! Aber stark! Habs! Das ist das Wichtigste. Let's go! Boah, ich hab so gesweatet, Digga. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Okay, die werden jetzt kommen, die werden jetzt kommen, die werden jetzt kommen, die werden jetzt kommen. Ah, du, wir haben nicht gedubbelt, ne? Na ja, gar nicht schlimm. Ich hab Eisen, ich hab Eisen. Also Rüstung. Sag halt die Fresse zu mir. Halt die Fresse, junger Stiggy. Okay, kommen wir? Ich weiß nicht, ich hab halt nur Holz, Schwert. Ich weiß nicht, ob ich trotzdem kommen soll, aber ich komm einfach mal. Ey, Mann. Du bist mit einem Holzschwert stärker als jeder andere Spieler mit Eisenschwert. Na, real rap. Aber die Welt ist noch nicht bereit, um diese Information aufzunehmen. Holy shit, okay. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hast du den anderen? Ist der andere down? Der andere ist hier irgendwo hinten, der versteckt sich. Was hier zusammen rein? Ach, sorry. Haben wir bekommen, haben wir bekommen? Ja, haben wir, haben wir, haben wir. Okay, ich mach kurz Energist. Bevor wir fighten gehen. Ah, du kaufst direkt, der ist smart. Ist der hier oben irgendwo? Irgendwo versteckt er sich, glaub ich. Ich hab halt keine Ahnung über die Map. Da oben, ich sehe ihn, ich sehe ihn, da. Da oben, auf deiner Seite, auf deiner Seite. Hinter dem Ding, ja. Warte, kriegst du, kriegst du, kriegst du. Kevin, es ist deine Teile. Bruder, er wurde so gefickt. Oh mein Gott, er wurde so gefickt. Holy shit. Okay. Lass von, lass von dort aus, ähm, weiterziehen, I guess. Ja, ja. Ich würde einmal noch, äh, wie geht's in unserer Base gerade, Bro? Ich muss einmal mir Shit kaufen. Dann komm zurück. Du kannst ja alles in der Energy save, dann kannst dich auch töten. Ähm, nee, alles gut. Ich komm. Nee, alles gut. Ich hab mir nur ganz kurz neue Dinger. Brauchst du noch Gold für Eisenrüstung oder so, Bro? Ja, das wär ganz cool. Okay, teilen wir uns in der Chess oder ist die individuell? Nee, leider nicht, leider nicht. Okay, ich hab sieben Stück, Bro. Ja, das wär Eisenrüstung für mich, das wär gut. Ja, okay, ich komm erst mal zu dir. Ich war blau und hab dich gewinnen lassen. Nee, du warst blau und warst ein Haufen Scheiße. Und ein Streamsniper. Also. Wer da kommt. Tigger, ich bin's. Bro, wenn dieses Game nicht so versweatet wär, dann wär's unfassbar. Lass zusammen rein. Ja, ist nicht viel drin. Ja, trotzdem. Hast du mehr Gold? Äh, achso, ja, sorry. Kommt. Hier liegt. Merci. Ähm, ich glaube, früher war dieses Game unfassbar krass. So, das ist wahrscheinlich so wie Fortnite jetzt oder so. Obwohl ich Fortnite auch immer noch enjoy, aber so. Ähm. Ich glaube, wenn man das in den Early Days gespielt hat, Bro, ist das crazy experience wahrscheinlich gewesen. Das stelle ich mir richtig geil vor. Hat der Schule mit den Jungs. Ähm, wo bist du? Ähm, unten Richtung dir. Okay. Komm ich auch. Holst du mal ganz kurz Prod 1? Ja, wir haben halt diese Casual-Spiel-Modi halt früher nicht gespielt zu diesen Zeiten, die du, glaube ich, so meinst. Die 2014er-Zeiten, wo sehr viele. Na komm, Lenzen. Gibt's irgendwie. Oh, der eine Rote ist da, Bro. Der ist alleine und der hat, äh, nichts mehr zu verlieren. Na, der equippt sich grad dick in der Mitte. Ja. Ist auf jeden Fall auch ein Stream-Sniper, der hab ich vorhin schon in den Lobbys die ganze Zeit gesehen. Tigger, Basti-Adler-Auge, Junge. Der hat alles auf dem Schirm. Ja, ich merk mir den Namen immer sehr gut. Der hat die Augen, der hat die Augen überall. Der sieht alles. Ja, der hat als ich Solo gespielt habe, auch komischerweise in den Solo-Lobbys war, immer bei mir. Und jetzt in den Duos hat er auf einmal auch angefangen, Duos zu spüren. Ah, auf einmal, auf einmal Duo Made Online gekommen. Ist wahrscheinlich Zufall. Ach, scheiße. Ja, also ich bin ein bisschen in der Mitte. Ich bin hinter dir, ich bin straight up. Okay, nur noch graues Bett lebt. Da könnten wir ein bisschen Faxen machen. Graues hier drüben. Dem Typen jetzt hinterherlaufen, sozusagen. Der ist Solo. Aha. Ey, das hasse ich so sehr. Man kann sich beim Dia-Spawner nicht hochbauen. Das ist das. Alter, was ist das? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist gar nicht du. Oh mein Gott, Bro. Das sieht ja die einen oder so. Ich hab null Übersicht über den Shit gerade. Ich hab's nicht gecheckt. What the fuck. Du trottest, ich hab's nicht gecheckt, was abgeht. Ich war so verwirrt, Bro. Von dem... Von dem Dings. Ich bin in unserer Base, Bro. Du bist... Also ich weiß nicht, was geht bei dir gerade ab? Alles gut. Alles unter Kontrolle. Okay. Wie bad. Ja, Leute. Aber die kriegen wir. Was soll ich euch erzählen, Mann? Wollen wir reinlaufen? Oder warst du gerade? Ich bin Base gerade. Soll ich... Achso, du bist auch gestoppt. Lass wieder zu deren... Lass mir in die Mitte. Ja, ja, ja. Komm. Wollen wir einmal bei Blau vorbeigeben Loot nehmen? Naja, haben wir keine Zeit, leider für. Okay. Also es ist jetzt gerade, wir sind Endgame jetzt. Okay, ja, easy. Ich mach, was du sagst. Ja. Ich mach auch sehr gerne diesen einen Typen hier. Den weiß auch noch, der Solo ist ohne Bad. Einfach rausbekommen. Aber Grau wird uns jetzt immer contesten. Mhm. Ich hab halt Angst, dass der zu unserem Bad geht, Digga. Das hab ich halt nicht auf dem Schirm, wenn das passiert. Ja, guck mal. Grau ist jetzt hinter uns gerade. Da musst du... Er ist down, oder? Nee. Ich flieg rum wie ein Flummi. Hab ihn. Grau ist down. Ja. Ja, aber weiß ist unten. Du kannst meinetwegen... Probier meinetwegen Solo kurz da was zu machen. Ja, ich versuch. Du läufst falsch. Ich will den weißen versuchen. Achso, okay. Oh, der hat mich, glaub ich. Oh, Digga, hätte ich da noch mal eine oder zwei Kommos bekommen, hätte ich ihn gehabt. Schade. Schade. Der ist Low-Level, aber hab ich nicht bekommen. Ey, bist du schon gespawnt? Ja, ich bin in der... Okay. Nee, glaub nicht. Was hat er gemacht? Willst du ein Auge auf und halten so nach weiß? Ich kann's versuchen. Ähm, ich bin gerade Base. Weißt du ungefähr, wo er ist? Äh, bei der Zyran. Bei Zyran equippt er sich. Ja, wobei, ich glaube... Ja, ich seh ihn. Ich kann auch zu dir kommen, ich weiß nicht. Ja, ich will halt grau unbedingt weg haben. Weil wir jetzt nicht weiß die Chance bieten. Ja, die Spam hier so krass ran. Ich würde eigentlich ganz gerne bei Blau... Ich würde ganz kurz bei Blau den Loot, ja? Ich glaube, das kann ich machen. Ja, gönn dir. Ach, Digga. Ich muss hier ein verfickter Rentner. Wirklich, das ist Rentner-Zocken hier, wie dieser eine Channel heißt. Ich hab das graue Bett. Oh mein Gott, was? Bruder, was bist du für ein Boss? Holy shit. Ich hab beide. Digga, what the fuck? Okay, gute Arbeit. Ja. Ihre Bestellung. Ich hab noch. Und der Sponsor. Er ist bei unserer Base. Okay, GG. Okay, aber es ist two versus one. One. Ah, two versus one. Ja. Two versus one. Na moin. Ich bin gerade so konzentriert. Ich glaube, ich blinzel. Auch nicht, Digga. Ich merke gerade, wie ich Augenflüssigkeit verliere. Okay, pass auf. Also. Er wird bei uns in der Base sein. Ja, wo ist es eine one-one-situation für dich, Digga? Ich hab nichts aufgeliefert, sorry. Oh, jo. Das ist irgendwie so viel Input gerade für mich. Holy shit. Hat der Invis zufälligerweise drin? Ist das unsichtbar? Ich kann zu ihm gehen, oder? Nö, hat er nicht. Er kommt ja zu dir. Er ist jetzt bei unserem Diamond Spawner. Ist ein Goldapfel. Jetzt trinkt er was. Jetzt trinkt er was. Oh, man. Ich hase das. Außer der Jump-Ding. Ja, Jump-Ding. Jampus. Leute, die mit Jampus nur spielen. Oh, Enderpeller? Mit Enderpeller in den Enderpeller? Oh. Digga, Basti, fick die? Gutsch. Damn, nice try, aber. Digga, Fortnite, Alter Er kommt, er kommt, er kommt Enderpelle hinter dir Oh, Scheiße Oh mein Gott, du hast aber Du hast aber krank gespielt, Bro Real talk Digga, nice try, no joke Alter War ein heftiger Fight What the fuck Gib mir ein paar mehr Gaps, ich hätte ihn geholt Ja, sag ich auch Okay, raus, raus Next game Ja, lass den Rock League spielen Bro, Bad Wars kann geil sein Ja, voll, voll Aber ist halt ultra für sweatete Scheiße Ja, Bro, wenn wir wirklich Das ist halt so gefundenes Futter Wenn wir zusammen du spielen, du kannst es nicht vorstellen Also, weil Bro, also da Ich will nicht wissen, was sich da alles versammelt Ja, normal Ah ja, let's go, let's go So, ich weiß nicht, ob ich bei Rock League irgendwas noch einstellen muss, Groß Ich hab, ähm, wie gesagt, ich hab PC halt voll neu gemacht Ähm, eigentlich müsste alles Plug and Play sein Ich wüsste jetzt nicht, was nicht gehen sollte Kann sein, dass vielleicht, äh, das ein bisschen laut ist oder so Aber eigentlich müssten ja Einstellungen und so Müsste ja eigentlich alles übernommen werden, oder? Eigentlich schon, ja Wenn nicht, kannst du eh nochmal schnell einstellen Jo, ich guck mal kurz, ob der Stick hinten am Ding drin ist Jo Ah, vielleicht muss ich ja einfach neu connecten oder so Äh, was ist das neue Moneyboy-Video? Ah, jo, banger Holy shit Spick W Äh, jedem sehr dank für die 34 Monate, Bro Marco dank für die 46 Mika, shit, ma Für Ronix, dom shit Boah, ich merk auf jeden Fall krass noch, shit, dass ich ein bisschen noch krank bin, Alter Ich weiß nicht, ich meine, ich bin noch ein bisschen so Tunnelmäßig unterwegs, Alter Ich bin noch nicht so multitasking am Start Aber egal Ich glaube, ein, zwei Tage noch, dann bin ich voll am Start wieder Fühl mich eigentlich schon ganz gut wieder Also, alles gut Ein, zwei Tage noch, chill, dann geht's ab Wie er seit Tagen als Ausrede hat, dass er krank ist, nur weil er nicht zocken kann Oder ich huste Schleim Ich höre mich irgendwie wieder ein Welte, Digga Meine Lunge ist leicht belegt, what the fuck Digga Das ist echt wohnenlos, Bro Ah, scheiße Basti, wie kollektet man nochmal den Controller, Bro Wie ging das nochmal? Muss man dieses Ding auf dem Stick einmal klicken? Check, alles klar, danke Ich muss jetzt dieses Tutorial wieder einmal zocken Jetzt das Müll Okay, jetzt muss ich warten, bis gleich der Moment kommt Oder, bin ich schon im Tutorial? Ja Ja, okay, alles klar Halte weh zum Fahren GG 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 Alright, Freunde Ich fix das ihm Passiert noch irgendwas? Oh Yo Alright, hab's gefilxt Easy Okay Falls ihr schon dachtet, dass ich in Bad Wars unfassbar Arsch war, Chat Okay Spoiler In Rocket League bin ich noch 10 Mal mehr Arsch Aber es geht wieder los, Chat Basti und ich wollen wieder ein bisschen in 2 vs. 2 reingrinden Das ist der Plan für heute Ich werde mich gleich noch ganz kurz warm machen, während Basti auf Klo ist Ich glaube, das kann nicht schaden Aber vorher muss ich 200 Items noch, die kleinen, okay Äh, Training, ne? Ja Aha, okay, es fühlt sich alles noch relativ normal an Musste man irgendwas mit FOV umstellen in Rocket League? Ja, FOV solltest du schon so haben, dass du ein bisschen mehr sehen kannst Ich kann dir mal kurz sagen Ich hab meins zum Beispiel Mein FOV ist auf 110 Grad Ja, meins auch, okay Kannst du mal deine Kamera durchgeben? Warte, ja Meine Kamera Ich habe Ähm, 110 Grad Abstand 280 Höhe 120 Winkel minus 4 Starheit 0,5 Drehgeschwindigkeit 2,5 Und Übergangstempo 1,3 Warte, warum Drehgeschwindigkeit 2,5? 2,5 Und Übergang? 1,3 Starheit Was ist Starheit? Englisch Stiffness Stiffness Ich weiß nicht, ist es Stiffness? I don't know Hätte ich jetzt gesagt Okay, Basti, ich bin ready Ich habe im Training ohne einen Gegner ein Tor gemacht Wir können Das reicht mir Bin ready für Ranked Wollen wir einen Normal hitten für die Einladung? Äh, für die, äh, für die Aufwerbung? Bro, Junge Digga, bei dir gerade Ey, Mann, Bruder, ich habe schon gerade zu Chat gesagt Digga, ich glaube, bei mir ist auch noch Ich merke gerade, dass ich noch krank bin Digga, mein Kopf ist doch nicht so ganz am Start, Alter Ich mach mal Fenster aufs Kipp Jaja, schreiben wir die Nachbarn zusammen Ja, lass, wir spielen einen Unranked Ich bin Wir spielen einen Unranked zum Reinkommen Und danach gehen wir ins Ranked rein Ich bin momentan leider Diamond Das könnte vielleicht nicht mehr reinfallen Jo, chillig Hast du mit Feister viel gezockt? Äh, mit Feister und Feetage spielen wir momentan auch viel Trios Aber mit beiden zock ich auch Duos momentan Das sind so meine Mates Wir sind das Squad Digga, crazy Ich fahre? BFF Jo Wait, der ist daneben Easy Papa Platte, was ist denn Du hast da trainiert, oder? Bro, Digga, ich zock öfter, was soll ich sagen Ja, okay, du bist ready for Diamond Digga, ich bin so ready for Diamond Was haben wir damals, als wir mehr gezockt haben? War ich da Platin? Nee, ne? Doch, kann schon sein Aber Ranked System wurde nochmal so ein bisschen auch überarbeitet Ah, okay, ist schwieriger oder was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Aber ich glaube, das ist nicht mehr so aussagekräftig Habe ich Ja? Oh mein Gott Ja, hast du Ja Bro, wir spielen gegen solche Bröte Easy What the fuck Es ist leichter geworden Ja, schreib bei mir auf euch Aber hatten wir deine Einranked Games, als wir gespielt haben Du bist ja noch nicht Eingeranked Oh mein Gott, ja, vielleicht Vielleicht schaffen wir alle meine Einranked Matches heute Sorry, ich bin einfach auch mal draufgefahren Ähm, ja genau Bei Kick-Off immer nur der, der links steht Ja, ja, okay Ich bin noch nicht ganz da Der, der links steht Ja, ich kann dir mal sagen In den verschiedenen Szenarios Ja, ich glaube, ich habe es auf dem Schirm Ja Oh, nice try Ist das hier gerade schon unranked oder normal noch? Nee, das ist unranked Okay Leider Ja, das wäre ein geiles Ja, das ist halt auch Häh? 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 Das ist super schwer Ja, Bro Komm, surrender mal jetzt Surrender, please My mom Have her birthday Today Hast du have geschrieben? Nein, has I have to go Jetzt musst du eh Weil du halt diagonal stehst Es ist halt wichtig, dass wir immer ganz gut durchrotieren Und nie dieselben Spots so belegen, weißt du Und uns halt auch gegenseitig die Bälle versuchen irgendwie Gerade im Szenario Jetzt kommst du über den Flügel und ich stehe jetzt in der Box Und du spielst mir den jetzt sozusagen zentral Ich spiele ihn selber Ich spiele meinen eigenen Pass Ich glaube, aus dem Game nehmen wir jetzt nicht so viel mit Doch, mental Mental ein Win, Bruder Ich sag dir, das war bei League of Legends damals auch so Und bei Karno Strike Wenn das erste Game gewonnen wird, dann ist einfach mental gut, weißt du Und das ist so viel Auch wenn es so ein Müll-Game ist Ich mach schon Na gut Ich fall ein bisschen zurück Bleib mal in der Box, ich versuche dir was zu bringen Hier Zeig mal was Ja, hab Scheiße gezeigt Ja, das ist klar Wollte mal zeigen, dass ich auch mal nach oben fliegen kann Ja super, jetzt über den Flügel peitschen Mal in die Mitte was bringen Ja, reicht Reicht, reicht So, jetzt soll ich mal aufgeben Bruder, wir haben noch was vor heute Holy shit Du bist so gut, du spielst Doppelpass mit dir selber Nee, Bruder, die Gegner sind einfach nur Haufen Böwe gerade Wirklich, also die Gegner sind Ohne da jetzt zu krass die Trash-Doc auspacken zu wollen Aber die sind echt Mega-Kacke Alufolie 3 Wirklich Die sind nicht mal Alufolie, Bruder Die sind Frischhaltefolie Ja, fang mal rauf Ich bin auf der Linie zum Beispiel Also da müssen wir uns halt blind verstehen Machen wir Schön, Kevin Free deiner Zaki Beides geht man auch nicht Kevin, lass uns bitte rausgehen Was ist, wenn wir rausgehen? Können wir rausgehen? Ja, können wir eh Aber kriegen wir irgendwie eine Penalty oder so? Achso, ich bin auch mal drauf gefahren Nee, wir können halt abstimmen aufzugeben Achso, sollen wir aufgeben? Ja, oder? Achso Ja, juckt aber, oder? Das ist halt eh an Ranked Ops, sorry Achso, was kann ich tun? Hä? Ja, komm, lass aufgeben Komm, dann können wir den winen Komm, ne Ich finde, das ist fast noch mehr Toxic Als wirklich zu gewinnen jetzt Ja Keiner Das ist Ultra Toxic Jetzt einfach zu surrendern GG GG Die served So, okay Ja, vor uns ist es ja aber Juhu Scheiße Okay, ich gehe ganz schnell auf Toilette Bevor wir hier machen Okay Das ist ja gleich interessant Boah, das wusste ich nicht Dass es hier so eine Map gibt Ähm, bei der man Gar keine Tore hat Das ist eigentlich ganz geil Also ist halt Dings, ne Boah, das wusste ich nicht Dass man das im Singleplayer spielen kann Ähm, als ich das letzte Mal mit Kevin gespielt habe, Leute Da haben wir ernsthaft Also wirklich solide Runden hinbekommen Also Das ging schon voll klar Eine gute Synergy Jo, jo, jo What the hell Hey Kevin, Top 100 Schweiß RL-Player hier In zwei Sekunden ab der Diamant-Edo ist es wichtig Äh, dass wenn mein Teammate angreift, du immer in der Nähe der Mittellinie bleibst So bist du schnell hinten und schnell vorne Check Raketenliga mit Senpai, Basti und Oni-Chan Kevin Ganbare, Ganbare Senpai und Oni-Chan Okay, Bruder, bitte Chill Okay, wir können Dann lassen wir mal ein paar Leute zerstören, Bro Let's get it Okay, Kevin Äh, 10.000 Minuten für die Neuen, Bruder Was anderes Plaster, okay Und Joshua, Devil, Dinosaur Der Dinosaur Aufpassen, aufmerksam sein, Kevin Bist du konzentriert Acht mal sieben Äh, 56 Quersumme Von 56, 11 Gut Schön rotieren Die Spots, die Kennst du Leute, die so, wenn die so herangenommen wurden Bei so Kopfrechnen dann immer noch mal so die Frage wiederholt haben Um so ein bisschen Zeit zu dribbeln noch Muss fahren Ja, ja Ähm Ach, von 8x7 Ja, ist es richtig von 8x7? Ja, okay Oh mein Gott, sorry Ultra geworfen, my bad My bad, ich fall zurück Hast du den? Ja, ich bin noch zur Seite Sehr gut Oh, okay Das ist schon mal ein anderes Level hier gerade Oh, das ist DS-Rep, oder? Ja Ich hätte vielleicht hochfliegen sollen Ich hab ihn mal einfach zurückgeguckt Ja, das ist unlucky Das ist Ich war irgendwie schockt, dass der da jetzt gerade kam Ja, kann man dir kein Problem machen Oh, ich hab 60 Sekunden Äh, 60 FPS Cap anscheinend Oh Ich hätte gern auch so einen 1v2 Alright, top Oh, Basti, den kannst du machen? Vielleicht Okay, in der Moment Ja Schön Der kommt nochmal? Ja Ah, okay, in der Moment Bleib da mal dran Versuch den mal irgendwie Ja, ich hab den irgendwie Alter, also da hast du halt Ja Eine geile Vorlage für den Gegner gemacht Ja, so mäßig Oh, ich hab dich Boah, da war ich Da saß ich wieder mit dem Kart gerade Alter, da war ich grad wieder mit drin Sehr schön Gut, gut, gut Oh mein Gott Zücht, ey Schön, Kevin Aber wichtig Nicht beeindrucken lassen Ich hab keinen Bus mehr Hast du noch? Hast du noch? Ich kann nicht machen Oh mein Gott Ja, Bruder, rip Oh, Kling, Kling Oh, Digga Was? Ich mach Kunst Du hättest mein Kunststück Ich bin richtig nervös Ich bin richtig nervös Ich hättest mein Kunststück sehen müssen Ich fahr rauf Ja Ach du Scheiße, Digga Ich bin noch nicht da Alles gut Brand gelöscht Schön, Bruder Boss Bleib noch hinten Ich bleib noch hinten Okay, ich fahr drauf Ich fahr drauf Ich fahr drauf Ja, mach Versuch mir noch irgendwie zu Ich hätte leider kein Boost mehr Ja, da kommt vielleicht gleich nochmal was Einfach raus Schön Was? Digga, ich falle unter dem Ball durch Ja, schön Einfach zur Seite erstmal Oh, den hab ich gedribbelt Oh mein Gott, er war nicht ready dafür Er war nicht ready dafür, Digga Dass ich da noch stehen bleibe Oh fuck Schön, Bro, schön, Bro, schön, Bro Ich bin Mittellinie Äh, ein bisschen Bro, warum bist du Mittellinie? Wieso nicht? Also da musst du nach vorne dann Da musst du die Box besetzen Was meinst du mit Box besetzen? Was heißt das? Also vorne, vor dem Tor So den Strafraum Okay Okay Ich wusste nicht, dass wir so offensiv spielen sollen Aber Ja, müssen wir Wenn der Ja, gut Oh, ich hab den, glaub ich, oder? Oh mein Gott, let's go Bro, wie ist mein Controller ein bisschen? Ich glaub, ich hab den vielleicht ein, zwei Mal zu oft geschlagen bei Elden Ring, Bro Natürlich Ähm Okay Wenn du zum Beispiel siehst, dass der jetzt durchkommt Dass ich von der Seite den jetzt reinbringe Über die Seite Dass ich sozusagen eine Flanke schlage Dann musst du halt versuchen Fuck Den halt abzufangen Jetzt fahr ich Äh, erinnere mich mal bitte nach dem Game Ich muss 60 FPS Cap rausmachen Ja Der muss Oh, der Switch Hab ich, hab ich, hab ich Aber nicht gut, nicht gut Bin Tor Ja Hast du den? Oder soll ich machen? Ich nehm, ich nehm, ich nehm Mach du, mach du Und bleib dran Oh fuck, fuck, fuck Hast du den nehmen? Boss Okay, ich geh Tor Nein, nein, nein Sorry, oh mein Gott, sorry Sorry Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein fucking Gott Alright Okay Scheiße Ja, alles gut Nee, der hätt nicht sein müssen Digga, der hätt nicht sein müssen Nein, nein, nein Ich sag dir, mit 144 FPS hätt ich gemacht Kannst du was spielen, was du auch kannst Schön Fahr weiter rauf hier auf die Linie Schön Oh, ich weiß, wer kommt Ah, nee, schade Direkt aber trotzdem Ich fahr' Ganz rauf Ja Schön, Kevin Oh, schade Guter Angriff, warte Ich mach, oder Mach du, mach du Oh, Digga, ich war so ready Ich war so ready für den Angriff Ich fahr' zurück ein bisschen Ich fahr' ran Oh fuck, sorry Ich hab' komplett gewiffed Alles gut Hab' den Ich geh' hinterher Ja, wichtig Wir müssen ein bisschen riskieren Ja, okay Oh, Digga Arschlecken Ja, betot's Okay, das ist auf jeden Fall nicht drin Ja, ich wollte den nicht Nein, nein, alles gut Alles gut Alles gut Pass auf, der kommt ein bisschen hoch Sorry, sorry, sorry Ah, scheiße, der Ist der drin? Ja, leider Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn Jetzt nochmal irgendwie über die Seite flank Irgendwie nochmal nach vorne Ah, GG, scheiße Ich kann dieses Dribbeln auf'n Kart leider nicht Okay, keep it in the air, keep it in the air Den haben wir noch, den haben wir noch Scheiße Er ist so auf den Boden knallendes Ding Ähm Ähm Äh, ich kann dieses auf'n Kart dribbeln nicht Weißt du, wo man den Ball so auf Zhongli jetzt eigentlich mal so Ist ne Gefühlsgeschichte Wie viele Matches hast du schon? Äh, wo seh' ich das, Bro? Ich muss unbedingt die 60 FPS einstellen, warte Mach' mal jetzt einfach schnell Ich schaff's noch Bin dabei, bin dabei, bin dabei Es war aber ein gutes Game soweit, Kevin Das war okay Ich weiß nicht, ob das geklappt hat Muss man dafür neu starten? Ja, du musst eigentlich nur übernehmen drücken Äh, danke für die Donut, ich hab's gemacht Danke für die gute Zeit Oh Gott, Boss I got you Kuss, Bro Danke Ich geh da ran Oh fuck Äh, fahr du ran Ich weiß nicht, was man machen soll, wenn der Ball so mäßig über mir ist Was mach' ich dann? Ich bin gefickt dann, oder? Gibt's da irgendwelche crazy Tricks, die man dann macht? Im besten Fall sichere ich halt über die hintere Linie nochmal ab Tor Boah, schön Schön, 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 schön Kannst du auch was spielen, was du kannst? Was soll denn das sein, Bruder? Danke für die 5 Dann machen wir gar keinen Gameplay hier Aufm Channel Okay Du musst fahren Ja, mach' ich Oh fuck, er war afk, ich hab's nicht gesehen Ich hätt' machen können Schön Ja, versuch' mal was zu bringen Scheiße, ich hab' ich nicht gesehen Ich fahr' hier auch voll oft Speed, ne Ich glaub' das ist auch richtig schlecht Was? 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 Ja, scheiße Oh mein Gott, ich krieg dir nen Double Bouncer da dran Kannst du nehmen? Ist der? Oh scheiße, nice try Ja, ist gut Versuch' den weiter zu nerven Ja, hab' ich gemacht Voll Ja Digga, wir werden vom Huso-Clan gefickt Scheiße Hol' die Rechtsfuß Mach' ich Guck mal, jetzt in dieser Situation, was mach' ich da jetzt, Digga Ich bin dann immer so lost Ich bin dann immer so lost Oh mein Gott, Alter Oh mein Gott, sorry, ich bin da richtig low Alter, what the fuck Okay, okay Okay, okay Ich muss warm werden Gib mir kurz, gib mir ein Spiel Ein Spiel, zwei Spiele, dann haben wir Okay Ich weiß nicht, ob ich dann einfach Backflip zurück machen sollte oder so Jetzt gerade in dem Fall Du musst fahren Ja, mach' ich Momentan sehe ich, dass wenn ich auf Tab drücke, dass du aktuell vier Punkte hast Nach anderthalb Minuten Ja, das ist nicht gut Ändern, ändern wir jetzt Ja, das muss ich besser spielen Fahr ruhig rauf, ich bin da auf der Linie, du kannst dich trauen Fahr ruhig rauf Ja, der ist gar nicht sooo Ah, schade Ja, das ist gut geklärt Oh mein Gott, fuck Fahr weiter rauf, fahr weiter rauf Mach' ich Du hast Zeit, du hast Zeit Lass dich nicht Da war keine Bedrängnis Du hättest einfach annehmen können in Ruhe und dann Oh, schön Oh, fuck, den hätte da ich reingehen müssen Ja, guter Schuss, trotzdem Danke Nein, oh mein Gott, ich war zu spät Schön Spawn doch, spawn doch, spawn doch Oh mein Gott Pass auf, Kevin, da kommt was Dieses Game macht mich so unfassbar sauer, das ist krass, ich fühle mich so handicapped hier Das ist wirklich krass, Bro, ich spiel mit zwei linken Daumen, Alter Fuck, Alter Ich, das ist wirklich ein Game, was ich nicht checke, man fühlt sich, ich fühle mich so machtlos Ja, Retox Ja, Retox Das war auch richtig gut von ihm gemacht Ich fühl ihn, Bro Schert guckt einfach bei Basti für erträgliches Gameplay Schön, 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 wichtig Alles drin, alles drin, alles drin Ich fahr, ich fahr, ich fahr, ich fahr, ich fahr Okay, ich fahr hinterher, ich fahr hinterher Ja, bleib drauf Ja, Stress ihn, Stress ihn Ja Hast du den? Geht nicht, geht nicht Fahr du rauf Auf jeden Fall in den H-Flip üben, um die Situationen zu klären Ein H-Flip ist diese Umdrehung, die Schnelle, ne? Genau, dass du dich schnell drehst Ja, das konnte ich mal, das ist übelst einfach auch, ne? Das ist richtig einfach Ich hab das super schnell merkt, ach du Scheiße Ich hatte das als sehr einfach in Erinnerung Oder relativ, also Boah, wie machen Leute das? Real Talk Stopp Decker, ich bin so wirklich handicapped, denn Urus Vater ist krank Ich spiel's aber auch echt Gut Deiner, zwei, drei Oh mein Gott, ja viel früher hätte ich rangemüssen Ich hab noch null den Games, ich merk diese Fehler erst danach Ja Alter, Junge, Junge, Junge Abhaken das Game Abhaken das Game Papa, was geht? Papa? Ich bin nicht dein Vater Der ist noch Kippen holen I surrender'm up, please Ja Fuck, sorry Fuck, sorry Scheiße Guck mal jetzt ganz kurz unten, was da jetzt in der Mitte steht Wie viele Games, ähm Es kommt gleich Unten in der Mitte Sechs von zehn, oh nein Vier Games noch, Bro Vier Games noch, dann kommt der Ultrabruch Okay, die machen wir Ich bin jetzt Also, gute Neuigkeiten Nächste Partie Wenn wir die verlieren, bin ich auf jeden Fall Nicht mehr Diamond Dann haben wir einfache Gegner Ey, freut mich Der eine war ich, haha, gefistet Bruder, einer hat bei mir geschrieben Der eine war ich, haha, gefistet Bro Was, ich kann das nicht Jaja, du musst fahren Ich fahr Okay, 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 okay Ooooooh Kann ich was machen in der Situation? Was ist da? Das fühlt sich so machtlos an Ich hätte jetzt nichts machen können Ich war Stunt, basically Es ist Pech, dass der erstmal so ist Und dass der andere Halt nicht zum Boost fährt Sondern halt hinterher Das ist halt dann einfach wirklich Pech Das War Unlucky Digga, what the fuck Was? Take back speed Kannst du leer grüßen Aber bitte Oh, nice, bro Ich hab den War nicht gut, aber ich hab ihn Ja, gut, gut, gut Stress, einfach mal Stress machen Ja, ich try Mein bestes Ich fahr zurück Digga, du bist eine verfickte Legende, bro Und wehe, sagt jemand was anderes Weil, Digga, du bist es Holy shit Hey Craigsberg Kannst du Lea grüßen? Aber bitte unmute Sie ist bei Basti Was zum fake, bro Was zum fake, bro Okay, ich hol boost links Jo Da kommt auch direkt ein bisschen Action Oh fuck, Digga, ich hab ihn ganz übel genommen Ich hab ihn ein bisschen, glaub ich, zu hektisch gespielt oder so Ich hätte vielleicht nicht drauf fahren sollen Ey, manchmal gibt's so Bälle, da denkt man so Die krieg ich nicht Und dann trifft er den nicht und du hättest den easy bekommen, bro Und gerade war es genau andersrum Ich hasse das Du musst halt in vielen Situationen einfach wieder so gefühlen Naja, voll, voll, voll Ich mach dir da auch ernsthaft gar keinen Vorfall Naja, alles gut, Bruder, alles gut Ich geb mein Bestes Digga, und du bist eine perfekte Legende, bro Du Drehwitzes komplett Alles, was bei mir falsch läuft läuft, läuft bei dir umso mehr richtig, Bruder Das ist geil, gute Arbeit Schön, bro Ich bin noch da Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Digga Ich fahr, let's go Mal gucken, ob er jetzt wieder in der Mitte kleben bleibt Dann weiß ich schon kommen Ja, Bruder, mal schlecken, Alter Ich fahr den mal weg Ah, okay, du hast ihn Bruder Ganz großes Kino, Bruder Ja, aber der schwitzt da auch komplett gerade rein Holy shit Hast du gedribbelt, oder was ist jemand? Boah, schön, ja Die Lobby gehörten mir Ja Hey, setz dich hin Setz dich hin, ich hab keine Zweifel-Autogramme Keine Bilder Ja, Lücke gesehen genutzt Glaub dir Kauf dir meine Bilder, aber nicht umsonst Kauf dir meine Bilder, aber nicht umsonst Wie kann man was umsonst kaufen? Ich fahr? Nein, kauf dir meine Bilder, aber nicht Achso, so nach dem Motto, es gibt die nicht umsonst Einfach so Ja, genau Ja, check, check, check Ja, GG Ich hab gestern anstatt ein Basti-Video zum Einschlafen Hab ich ein wichtiger Video geguckt Nee, äh, oh Gott, schlimmer NoRex NoRisk NoRisk hab ich geguckt Warte, was jetzt? Nein, nein, NoRisk Ja, ja, ich hab verwechselt NoRisk hab ich geguckt Er hat eine Superhelden-Mod programmiert Digga, NoRex hat kurze Schnappatmungen bekommen, ne? Boah, ich saß wieder im Kart gerade Ne, ich weiß nicht, mach NoRex-World-Videos? Ich hab da nie welche auf der Timeline Boah, weiß ich nicht Gibt's denn überhaupt noch? Ne, glaub nicht, lol Fahr mal ruhig rauf Ja, versuche Oh, der will's auch, der will's auch ganz ernst Och, aber guter Hit, Kevin, der war schwer Digga, da war ich konzentriert geblieben bis zum Ende Umso mehr verkackt danach Ja, vielleicht jetzt mal ein bisschen extra rangieren Rangiert Oh, fuck Oh, das ist nicht gut Ich wusste ja nicht, ob du den hast Ich hab den einfach mal Ähm Ich tast mal kurz die Wand ab hier Guter Ball Ja, bleib da ruhig noch dran Ja, 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 ich hatte nur nicht so Wenn ich deinen Rücken habe, kannst du da noch ein bisschen offensiv manchmal Ich wollte auch, ich hatte nur nicht den richtigen Winkel Und ich wollte jetzt nicht Er hat den jetzt zum Beispiel verkackt Und da hättest du einfach da Wärst du einfach offensiv geblieben Hättest du den einfach nochmal abfangen Oh Gott Oh Gott Oh Gott Schön, Kevin Oh fuck Schön Dein bester Torschuss bis jetzt Ich hab nicht geschossen, ich hab nicht geschossen Er hat geschossen Oh ja, hab ich Aber mir wurde es nicht angezeigt Meine Schande wurde mir nicht angezeigt, zum Glück Ich glaube, ich muss allgemein auch mehr diesen Double Flip nach vorne nutzen Um ein bisschen Fuß zu sparen Oh Gott Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Oh Gott Guck mal, deswegen haben die das Tor nicht bekommen Ja Und weg damit schön Kevin Oh mein Gott, nimm du bitte Oh Gott Still hot Du auch Sorry, war unfassend gerade Nein, das darfst du Okay, alles klar Kevin, ich brauch dich in der Box Ich bin late, 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 late Ah du Okay, Leute Oh Leute, GGs Pass auf, dass du nicht einfach nur hinter mir stehst Ja, ne, bin, bin, bin Ich fahr ein Stück zurück, fahr ein Stück zurück Ja Fahr ruhig drauf Oh mein Gott, oh mein Gott, ach du Scheiße Ja, schön Hinterher Nice Ja, zu, zu Lash Digga Ich komm nicht ran, ich komm nicht ran, ich komm nicht ran Nein Oh Bro, Alter Ich war ein Millimeter mehr und ich hätte ihn gefickt Oh mein Gott, ich war so da, Alter Ja Oh mein Gott Bro, 12 Sekunden, wir haben geführt Deiner? Ich schaue Komm zu uns Achtung Geht rüber Ja Ja, halt den mal hoch Oh, das wäre so krass, oh mein Gott, schade Ich fahr, ich fahr, ne, du fährst, ne? Ja, ja, ich fahr Ich bleib mal hier Unser erstes Overtime, Kevin Puh, ja, rübelst du drauf gerade Schön Schön Ich fahr, ich fahr, ich fahr Ich fahr, ich fahr Ja, ja, bring den mal Ich weiß nicht, ob der kommt Na, geht so Ich fahr zurück, ich fahr zurück Ich hol mir den Immer zur Seite Ja, hab ich Ja, hab ich Ja, sehr, sehr, sehr gut Oh fuck, ich hab Ultraspeed verloren Man, Bro, Alter, wenn's um so Sachen geht, wie ich muss richtungswechseln, Bro, ich verliere so viel unnötige Zeit, aber das ist ein gutes Spiel, aber das ist ein gutes Spiel, aber ich geh dich im Replay nicht mal, ich hab dich ja nicht mal im Replay gesehen Ja, Bruder, ich war auch am zurückfahren, man, ich brauch so lange um so, weißt du, wenn so 180 Grad Drehungen sind und so ein Scheißdinger, ich brauch so lange, Alter, das ist so... Oh fuck, er parkt ein Bruder, Reuter, ich hab seitdem jetzt eingeparkt gerade, Alter, aber mit so sechs Wiederholungen hin und zurück Der gestern Film Einfach komisch, aus meinem alten Rank mit einem 1-Streifen ist er auf einmal ein Rank mit 3-Streifen geworden Ja, das ist doch gut, Upgrade Bin ich ja besser geworden Ja, du hast 1 übersprungen Kevin? Oh mein Gott Seien Gott Jetzt einmal noch hoch Ja, ich weiß nicht, wie macht man das hoch? Was muss ich dafür machen? Ich hab den nicht hochbekommen Passiert mir so ziemlich nicht Reetalk, 15 Jahre halt Fahr mal rauf Mach ich Schön Hauptsache Ich fahr rauf Ja Ich fahr nochmal rauf Mach weiter, mach weiter Ja, ich versuch Hab ihn weggekickt Nice, let's go Oh mein Gott Schön, Bro Schön, Bro Aber du verstehst, was ich meine mit so Box besetzen Ja, ja, ja Man muss halt ready stehen Aber ich hab halt null Gefühl dafür Und ich hab halt oft Erfahrungen gemacht Warum? Ich versuch Ach du Scheiße, Digga Ja, das war scheiße von mir Ja, aber auch Ne, ne, das war meins Arzt und meins, Bro Ähm Ich hab noch nicht so ganz Gefühl für Positioning Ich hab das Gefühl, das ist schon Wenn ich das drin hätte, Bruder Das wär schon so 80% Also Insane Improvement Weißt du, wie ich meine? Ja Das wär schon so halbe Miete, Mann Der kommt zu uns, Bruder Ein bisschen Ich hab konnte ein bisschen crashen Schön Guck mal Guck mal Genau das meine ich Was jetzt, weißt du? Da hätte ich jetzt das Gefühl Wenn ich jetzt weiter hinten geblieben wäre Wäre geil gewesen Wollte aber vorfahren, um dir zu helfen Und das check ich nicht Woher weiß ich was, you know? Das ist aber einfach nur Pech Wenn das passiert, da kannst du nicht viel machen Die Momente gibt es halt leider Okay Dass der halt so krass auf unser Tor zurückgeht Ist halt Ja, okay, okay Ja, zu weit vorne Ja, guck mal Das ist genau das, was ich meine Die ganze Zeit, dass ich halt Bisschen weiter nach vorne sein Muss Ich fahr den nach Ich fahr den nach links Ja, oder so Nach vorne gehen muss, damit wir Damit wir den halt ne Halt uns den zuspielen können Ich fahr mit dem Boost und fahr hinterher Ja Oh, kannst du den? Oh, schade Leider nicht Guck mal, wenn der jetzt in unser Tor gegangen wäre, Bro Also Richtung Dann wäre auch wieder Arsch Weißt du? Aber das muss man glaube ich einfach riskieren Ich fahr? Ja Oh mein Gott, der Geist Über mich, also unter mich durch Ich bin unter dem Ball durch Okay, hab ihn bekommen Holy Shit Einfach mal Ich fahr hinterher Wissen, dass der einfach stoppt, Bruder Schön, Bro Boah Ich stehe, stehe, stehe Ja, vielleicht Naja, das ist ein bisschen weit, sorry Nein Ich saß wieder im Kart Alter Ich war auf Beifahrersitz Hinten links saß ich Wie geil Scheiße Schön, Bro Boah, der kommt nicht, oder? Oh, der kommt, der kommt, der kommt Der kommt Doch, der ist groß von Let's go Ja, let's go Ausgleich Ganz wichtiger Ausgleich Let's go Okay, ich hol boost rechts Yes Oh, der kommt eklig für die Ja, schön, Bro Oh, schön, okay Ich versuch den Sorry Boah, du Scheiße Nee, war mega Müll Was ist denn? Ich fahr zurück Ich fahr zurück ins Tor Ich krieg den, ich krieg den Ich fahr drauf Super, super, super Oh, 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 oh Raus, 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 raus Ja, ich weiß auch nicht, was ich mache Ich mach, ich mach, ich mach Ja Lol Ich fahr den ran Boah Scheiße, Digga Mann, Digga, ich hab diesen Zweiten Jump in der Luft, Digga Noch nicht so unter Kontrolle, Mann Bruder, wirklich Crash, Digga, ich bin so kurz vor Ballberührung, Digga, da denk ich mir noch so, jetzt nochmal da Rechts wegdashen, wär immer geil Bro Das ist so random, Alter Alles gut, alles auf jeden Fall wieder Herrlich, ey Der zweite, der kommt eklig Kannst du vielleicht... Schade Wow, ich werd gebammt, das macht er gut Soll ich Tor fahren, oder soll ich da bleiben, ich weiß nicht Oh, ich bleib da Aber wo ich fahr Tor? Ja, pass auf, das ist hier... Ach du Scheiße, ach du Scheiße, oh mein Gott Du hast aber manchmal auch kleine Irgon Gewalski Stöhner raus Pass auf, hinter dir, hinter dir Oh mein Gott Oh mein Gott Krank, Digga Oh mein Gott Gefick Game of the Year, Bro, sag ich dir Holy Shit, das hat... Reingeströbeln Ich dachte so, was macht der, was macht der? Und dann Boom, Digga Basti tut mir richtig leid, dass er 2 gegen 1 spielen muss Das ist vor dem Maul Äh, ist der in der Mitte stuck? Achtung Strip, oder? Der fliegende Thomas Neuer Oder Maier, oder wie heißt der? Wie heißt der? Thomas Neuer? Thomas Neuer, ne? Manuel Neuer, Mann Ja, der, 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 ja Digga, Thomas Maier Digga, du hast aus Manuel Neuer gerade Thomas Maier gemacht Nein, hab ich nicht, shut up Oh mein Gott, let's fucking go Alright, ich fahr links Ne, ich fahr einfach drauf Bro, wir haben gerade Gegentor kassiert Ja, ja, war Spaß Kommen wieder zu uns, Digga Die haben aber auch Lack mit diesen Bällen Ich wusste nicht, ob du den hast, ich bin einfach mal drauf Alles gut Kevin? Hi, looking for clan Hast du sagen, Clang, du sucht gerade auf den Brohn, oder? Ja, ja, okay Gut, 14 Sekunden reinmachen Äh, ich bin noch Free Agent, wenn noch irgendwer im Suchen ist, Leute Kevin, your time to shine Und jetzt keep it in here Klopp mal ein, klopp mal ein, klopp mal ein Ja, ja, wir spielen halt auch echt gegen nicht so ganz so schlechte Leute, ne, darf man auch nicht vergessen Ja, aber das ist... Aber ich bin auch echt nicht so gut, aber... Nein, ich finde, du machst dich, du steigerst dich Ja, ich gebe mein Bestes, Bruder Und das ist das, was zählt, you know Ja Komm zu uns, Achtung Ja, ist gut Ich vertore Hab ich? Ja, schön Ich bleib da mal dran Ich bleib da mal dran Du lässt es haben, oder soll ich? Ich bleib dran Ja, jetzt kannst du... Du seid einfach Auf einen Ball, dritte eine solche immer absichern Vierte bei Flanken, zweiter Spieler am besten an die Mittellinie, um zu reagieren Fünfte Ball in Luft gleich Back to two Ich nehm Ja Ich bin tot, ich bin nicht da Sorry Boah, schade Ja, eine super Reingabe Kannst du den nehmen, pass auf, der kommt zu uns Oh mein Gott Sorry Ne, ne, wir haben uns gegenseitig, glaub ich, da gerade gebumst Naja, ich hätte den von da rein machen müssen Krieg der nochmal Ich versuch drauf Super, super Alter, ich war im Kofferraum gerade Ich war hinten im Kofferraum eingesperrt Ich demo den Okay Ich fahr, ich fahr, ich fahr Super, super Schön zur Seite Ich kann versuchen den zu nehmen Ja, fahr rauf, fahr auf, ich bin in Linie Ich fahr hinterher Oh, ich hab ihn nicht bekommen, leider Schade Schön, ich fahr hinterher Ja Der kommt nochmal, der kommt nochmal, der kommt nochmal Oh mein Gott, oh mein Gott, sorry, der war überdumm, überdumm, überdumm Holy shit Ich muss aufhören, diese in die Mitte Dinger zu machen, wenn die in unsere Richtung gehen Du hast sie, du hast sie, du hast sie, es ist free, es ist free Oh mein Gott, oh mein Gott, es ist free Oh mein Gott, let's go Auf geht's Kutubi, ich hab zugehört, Bro Ich weiß diese ganzen Sachen Aber das ist nicht so easy Das hat auch viel mit Gefühl und Timing zu tun und Game Sense Und das lernt man einfach nur, wenn man halb viel spielt, you know Das ist halt einfach die Wahrheit Aber ich weiß die Sachen theoretisch Ist das deiner? Ja Toxic, Toxic Okay, schön Oh Fahr einfach rauf, versuch ihn Einfach Ich war nicht angeschnallt, Bro Ich war nicht angeschnallt, Bro Ist gut Maybe deiner? Ah, schade, er hat getankt, Olle Paddy Ist der von Supertail der? Den die nie gefeuert haben Oh, der Arme Scheiße, ja guck mal, jetzt ist das Problem Ich glaube, so irgendwie in der Luft drehen Fast Was? Ja, ich hab kurz diesen H-Flip versucht, Mann Ich war in einem Guck mal, da wär dieser Flip jetzt übelst geil gewesen Wie muss man das nochmal machen? Man dreht sich auf den Rücken und dann drückt man die R1, L2 Taste, ne? Äh, R1, L1 Scheiße Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das in der Situation üben musst Nee, aber das war die einzige Option, was ich machen hätte können Ich war gefickt da Pass auf, pass auf Pass doch nicht auf Ich hab überhaupt keinen Boost Holy Oh mein Gott, okay Kevin Oh mein Gott, du bist der Beste Hast du Boost? Ja, ein bisschen, aber nicht viel Ah, okay Warte, ich mach schon, ich mach schon Ah, okay, okay, hab hier gelassen Ah, da kommt noch direkt was Eine kleine Überraschung Oh mein Gott Alles gut, alles gut, alles gut Kriegt er nicht, kriegt er nicht Nee, ich hab den nochmal Opa Opa Was machen die? Man hat ihn schon wieder gemisst Ja, aber davon kann es ja nicht ausgehen, weißt du Ist halt das Ding Einfach deswegen manchmal Stress machen So, Paddy wurde gefickt Und raus Schön Jetzt über den Flügel, jetzt über den Flügel Ich hab keinen Boost leider Oh Habe ich? Ja Mega Scheiße für die Also gut gemacht meine ich für die Auszeit, du Auszeit Ich bin nicht da Warte, lass mir den Alles gut, alles gut Haben wir noch gedribbelt Ich wär da Ich wär da Ich wär da Oh mein Gott, wenn er den gemisst hätte, Bruder Ich hab ihn so gefickt, tot Kommst du da ran Kommst du da ran? Oh mein Gott Oh, hättest du den gehabt, hättest du den gehabt alleine? Ich weiß nicht, du hättest ihn gehabt, ne? Hättest ihn in die Neid, ich weiß es nicht Ich hab dich nicht auf dem Bildschirm gesehen, Digga Ich dachte, du hast den nicht Ja, du siehst mich gleich auf dem Bildschirm, guck mal Ah, das Ding gab's scheiße, my bad Der geht auf meinen Fuck man Scheiße, hättest du irgendwas gesagt, dann wär ich nicht reingegangen, so fullham Alles gut, Bro, ich hab den selber reingemacht Achso, hä? Ah, das hab ich nicht gecheckt Ich dachte, ich hab den mit Wir haben den zusammen reingemacht Ich glaube nicht, Bro Ich glaube nicht, wir haben den zusammen reingemacht Ich hab den auf jeden Fall auch getatscht Oh mein Gott Der ist nicht der, der ist nicht der WANN Peri, du kleiner Platte, kriegst gleich Platte, gib Fuffi, wenn wir gewinnen Mach erst mal Siebte Klasse, Arsch Okay, du fährst Ich hol mir links, Boost Ich glaube, das ist dein zehntes Game, ne? Dein Einranked Game Ach nee, Digga, sagt das doch nicht jetzt Schön Ich hab irgendwie immer in meinem Kopf, wenn Leute mich Platte nennen, dass sie mich nicht mögen Ich weiß nicht warum, ich finde das ist so Das hört sich irgendwie eher so beleidigend an, wenn Leute das sagen Ja, ich check ihn Ich weiß nicht, was es ist in meinem Kopf Aber irgendwie, ich finde das klingt so dumm einfach Ich hab das Gefühl, das würde man nur so sagen, wenn man so Ein bisschen sich über den Namen lustig macht, ne? Ja genau, ja Papa, Papa Platte Ja genau Weil also, ich glaube, weil keiner, der mich aktiv guckt, würde mich so nennen, you know? Warte Warte Ich krieg den Ja, aber auch nicht so geil Ey, wir waren eigentlich an dem Game eine Zeitlang, die ersten zwei, drei Minuten waren wir nahe dran Und dann sind wir wieder eingebrochen Ja Das ist wie in vielen Spielen so gewesen Sorry Es ist over Es ist over Es ist over Es ist over Oh, ist es nicht, ist es nicht Dann zeig mir mal das Rank Ich hoffe, das ist nicht das Letzte Ich finde nicht, dass es das Letzte ist Oh ne, ist es noch nicht Ne Ne Jetzt kommt das Letzte Alright, let's get it Alright, dann lass uns mal den ersten Win holen, wa? Ich bin auf jeden Fall gleich Platin 2 Jep, muss ich mit allem werden, was geht Ist wichtig Ist wichtig Ist wichtig Ich fahr, ja Schön, oder? Oh, der Regen fuckt ab, oh mein Gott Digga, das ist die schlechteste Map, what the fuck, Alter Der nervt übertrieben Kann Soll ich rangehen? Ja, oder Mach mal, ja Oh, schade Das war trotzdem gute Eingabe Der ist Lightning McQueen, Leopold Schön Fahr ruhig rauf Fahr ruhig rauf Ja, Bin Boah, hat er den leider auch bekommen Ey, warum leckt der eine so? Ja, der eine leckt über, ne? Holy shit, ich dachte das bei mir Ja, vor Anstrengen Komm mal mit in die Box Da kommt was Oh, ach so, sorry Gar nicht geschehen gerade Ja, äh Oh Gott, meine Positioning war oberarsch gerade Ich hab's gemerkt in dem Moment Ich fahr rauf Du? Ach du Scheiße Guter Fake Ja, war ein Big Fake Hat den fast auf unser Tor geschossen? Ja Aber hat keiner gesehen Oh, Entschö, Entschö, Entschö Hau raus Hab Hab, 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 hab Und fahr weiter hinterher Fahr weiter drauf Jetzt geh ich da auf ne Demo Damit ich Damit er den nicht selten kann Nice Ey, Chet, ich weiß nicht was ihr macht Aber könnt ihr euch einfach benehmen Danke, Mann Holy shit, Bro Ey, Mods, teilt mal diese Katzen aus, Digga Das ist über cringe Danke, das nervt Danke, Kuss Chancenlos Ich werde Taiji schuld Ich werde Taiji schuld Dass er das gemacht Dass die Leute das machen Alright Okay, wo bist du? Ja, Boost geholt Ja, warum? Ja Bist du hier irgendwo? Ja, also an sich schon, aber Oh mein Gott Oh mein Gott Hast du den Bump gesehen? Sorry Knallst du den raus? Schön Ich knall den auch rein noch Na, schade Wäre krass gekommen Boah Schön, Bruder Oh mein Gott Digga, ich hab den Ich geh ran, ich geh ran, ich geh ran Okay Mach weiter, mach weiter Ja Ich saß wieder drinnen Da war's wieder gerade Hier, Leopold, hä? Wie schmeckt der? Und der hier, hä? Ups, ja, okay Habe ich? Habe ich? Oh, Digga, ich hätt den aber gehabt Geist dich, Digga Oh mein Gott, Digga Ich hab mir so'n Zirkel in mein Auto reingerauen Digga, ich bin Ich hab kurz 4 cm Kreis gefahren Alter, scheiße Kevin? Oh, fuck Ich hab versucht, bisschen zu schnell leider Kommt? Ah, du bist nicht da, ne? Die sind beide hier auf der rechten Oh mein Gott, let's go! Digga, okay, Chad Das ist das letzte Game 4 Rank Das ist mein letztes 1 Rank Match Schön, Bro Gute Arbeit, Mann Bin da gespannt, was da wirklich rauskommt Oh mein Gott GG's, GG's, okay Hä? Hä? Warte mal Einer hat geschrieben hundertstags, wenn du Gold kommst Was bin ich? Warte, warte, sag noch nichts, sag noch nichts, sag noch nicht Ich sag nichts Ich seh's nicht, wo seh ich? Easy words! Platin 1 Welche Liga? 2 Wie funktioniert das nochmal? Kannst du kurz einmal erklären? Also Liga 1 Niedrigste Liga 4 Höchste Und Liga 4 Musst du halt so 2 gewinnen, damit du dann Liga 1 in der nächsten wirst Ah ja, okay, okay Das war mal ein gutes Gefühl Also Liga 4 ist höher als Liga 1? Liga 4 ist höher als 1, ja Und äh, Platin 3 ist höher als Platin 1 und 3 ist das höchste allgemein pro Ding, ne? Genau, ja Genau, Platin 1, Platin 2, Platin 3, dann kommt Liga 1 Check, 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 check Äh, ich kann mich gar nicht müden, danke fürs TikTok, ich würd's ungern gerade gucken, aber äh, danke, Kuss Ach du Scheißen Dreck Ja, auf den schock erstmal reinschocken jetzt Schönen Rock Oh, fuck, der ist irgendwie ganz komisch gebounced Gott Ey, sorry, komplett geworfen Der ist, der ist so in die Ecke gefallen Und ich dachte, der bounced eher so Tiefer Deswegen, ich, I don't know Ich weiß nicht, was ich dachte Ja, der hast doch 2 Sekunden später reagiert Äh, ja Ich war bewusst rechts Alles gut, yes Ich war drauf Ja, den kannst du direkt aufs Tor bringen Ja, ich versuch Bin nicht da, muss alleine Jetzt bin ich da Versuch den vielleicht nochmal Boah, schade Der kam ein bisschen überraschend Ja, nee, der war auch nicht von mir only Der, da haben wir zu zweit reingeknallt Muss auch mal sein Da kann ich nichts machen gerade Oh, ich kann hinterher Ich hab ihn weggecrashed einmal Alles gut Ich war aufs Tor Bisschen chaotisch gerade Ich hab gar keinen Boost leider Okay, jetzt hab ich ein bisschen Dicke Ah, okay, aber wilde Moves da an der Wand Ja, ein bisschen Bisschen Zeit auch, ja Schön, Kevin Der zweite, der wird schön Den trifft er nicht Ah Hier, das ist ein Geschenk Oh, Digga, er kam doch ran Hätte ich ein bisschen mehr Boost gehabt Hui Okay Den musst du saven, Will, Bro Schönen Mann Beste Mann Ich konnte ihn nur einmal touchen Aber es hat nicht so viel gebracht Ich steh in der Luft Alles gut, wir haben ihn Wir haben ihn, wir haben ihn noch Oh, oh, der steht, der steht, der steht Schön, Bro, ich geh Tor Ja Ja Ich geh ran, ich geh ran, ich geh ran Schön Schön, Bruder, schön, Bruder Schön, Bruder Schön, Bruder Schade, aber Nice try Oh mein Gott, oh mein Gott Ich bin extra nicht Double gejumpt Weil ich dachte, wenn der ein bisschen langsamer kommt, ist besser Ja Ja, schön nerven, schön nerven Dass er Schön einmal rangieren Und raus hier, schön, Bruder Bleib du da dran Dann will ich versuchen zu dämmen Schönes Ding Oh, ich kann nichts machen Hast du den? Ich fall zurück, ich fall zurück Ich versuche, ich versuche Oh, das war risky, sorry Das war risky Alles gut, alles gut Ich dachte, ich geh für das Risiko Ja Wurde bestraft, scheiße Ich glaube, das hätte ich nur nehmen können, wenn ich wüsste, was ich da mache Ich wusste nicht genug, was ich da mache Ja, das ist meiner Am Ende sagt keiner was Aber ja, das ist dann scheiße Unlucky Platin, by the way Ja, deswegen alten Rang halt Nicht unbedingt, weil ich grad so spiele wie Platin Oh, fuck Oh, fuck Oh, ich wünschte wirklich, ne, man hätte so ein bisschen mehr Übersicht, Alter Ich finde, das ist teilweise mit das schwerste, wenn du so unterm Ball klebst, Bruder, die Kamera geht nach oben Klar gibt's diese Ballkamera, aber, Bro, wie geil ist die wirklich? Ich switch die halt so übertrieben wie F5, ne, also in Minecraft Ähm, vielleicht müsste ich noch ein bisschen mehr switchen Ja, guck mal, guck mal, der ist Deiner Free Der hat mich schön weggeblockt Ja, sehr gut, guck mal ganz schön, wie ich den da unten richtig Der wird so Wusstet ihr im Im Wort Kartoffel Auflauf Steckt das Wort Lauf Zweimal Ja, der Kartoffel-Lauflauf Dank für die drei gute Donation, Pole Ja, schon, danke für den Sub, Bro Kuss Ich fahr' Warte, du nutzt die Ballcam gar nicht? Ja, ne, diese andere halt Diese Precam oder wie die heißt Ich benutze die schon, aber sehr selten, stimmt schon Nice, Boss Ähm What a delicious time for the Sub, Bro Still a try high Juni, final für die Subs Gute Arbeit, Bruder Deiner? Ich fahr', ja Ich fahr' dran, ich fahr' dran, ich fahr' dran Ich glaub' ich hab' mir grade ne Sehne gebrochen am Finger Ich hab' zu doll gedrückt, Bro Also wirklich, ich hab' richtig doll gedrückt, Bruder Da hat irgendwas geknackt am Finger Oh, das war schlecht für mich Alles gut Ach Bro, ich war' heute beim Physio Alter, das hat Mir tut alles weh, ne Alter, das ist wirklich krass Ich hab' noch nie einen Physio-Besuch gehabt, der mich so auseinander genommen hat Alter, ich hab' da wirklich, ich hab' da die ganze Zeit, weil er mich so zusammengemöbelt hat, Alter Hab' ich die ganze Zeit immer so Au, 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 au So Geräusche gegeben von mir, Alter, das war krank Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, da kann ich nichts machen, Bro Da bin ich nicht skilled genug für, Digga Da hatte ich ne Millisekunde Zeit, um zu reagieren Digga, ich steh' einfach wie so'n Botter Moin Scheiße, Digga Ich sag' dir, wo uns liegt, Bruder, einer im Chat hat geschrieben, dieses Game ist euers Aber da ging das bien ab Oh, ja Oh, vielleicht Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go Cours Pro, ähm Ich guck's gleich, obwohl ich will im Realtod gerade keine Videos gucken, Nephi, I'm sorry, man. Aber vielleicht nachher, wenn ich's nicht vergesse. Ich will Boost links. Yes. Wieso links? Weiß ich nicht, hatte ich Bock drauf. Geht ihr aufs Tor? Ich weiß es nicht. Mach mal. Ja, danke, Bruder. Schön, Kevin. Ich hab wieder so doll gedrückt, Bruder. Ich schwör, ich hab mir wieder halbe Knochen aus der Pfanne da raus. Wie heißt das Gegenstück beim Knochen von der Pfanne? Wie heißt das nochmal? Pfanne? Und? Wie heißt das andere? Griff? Nee, wie heißt das denn, Bro? Kopf? Nee. Herdplattebänger. Es gibt doch diese Pfanne und dann dieser Knochen, der da so reingeht. Egal, scheiße. Scheiße geworfen. Schön, Bruder. Oh, sorry, mein Bad. Ich geh da her. Einfach jetzt nach vorne kloppen. Ich versuch. Oh, mein Gott. Oh, ich hab gar keinen Boost. Ist das Müll? Ja. Ja, Bruder. Knochenpfanne und Knochenkopf anscheinend. Okay, gut. Dann glaub ich mal. Oder Gelenkpfanne gegen den Kopf. Oh. Und direkt eine Liga runter. Juppi. Liga 1. Liga 1, Platin 1. Was bist du gerade? Platin 2? Platin 3. Liga? 3 oder so. Ja, wo da ein bisschen auch mal dich handeln, Bro. Dich auch mal ein bisschen auf deine richtige Elo bringen. Bisschen verkackt, ein bisschen verkackt. Guck mal, jetzt zum Beispiel, was macht man da? Hätte ich da jetzt die Welt dieser Freecam nutzen sollen? Keine Ahnung, Bruder, nervt mich. Kamerascheiße in Rockleague. Sehr gut. Boah, der, ich hab versucht. Also ich find's immer wieder praktisch, halt immer oft, wenn du Zeit hast, halt immer wieder Cam einfach hin und her zu switchen, einfach nur um mehr Überblick zu haben. Ja, 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 check, check, check. Bezahlst du dir deine Kamera nicht? Wie so Freecam. Kriegst du nicht einen Freebun? Was soll die Scheiße jetzt, Bruder? Oh, sorry, sorry, ich bin auch drauf gefahren. EGG. GG. Ja, nicht Double Committen. Ja, versuch ich. Okay, alles wieder auf Null. Du fährst? EGG. Ich mach den, wa? Ich hätt jetzt Bock auf den Döner gerade. Warte, ich mach. Okay. Also ich, ich... Also ich hätte jetzt gemacht, damit du sozusagen eine Flanke bekommst. Naja, das hab ich nicht ganz gecheckt. Das sah mir ein bisschen risky aus. WAH! Das sah mir ein bisschen risky aus, ist es irgendwie... zurück ja sorry bruder du kannst doch nicht so ganz damit mir rechnen mit so situation kannst die ballkamera auch einstellen dass du sie gedrückt halten muss nö es geht nicht um die um die controls das schon ganz gut ist aber stresst mich irgendwie ich weiß nicht ich versuche sehr sehr gut war auch sehr wichtig da dran schön kannst du noch mal ich bin ich bin die box schade ich fahr zurück aber ich gehe drauf da kommt mich so mega geil ja genau das sind immer die ich hasse ich mache voll oft diese diese bälle in die mitte und dann die das ist die perfekte vorlage für die einfach ich hasse das ja da ich kann das nicht kann das nicht kontrollieren das ist ja okay es ist leider noch ja genau also in dem moment oder wo ich mache denke ich so oh mein gott wie dumm aber ich kann es nicht vorher also ich habe es vorher nicht auf dem schirm weißt du ich war 20 meter voll mal nein 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 auf meinem bildschirm nicht ich habe hier auf maximal 40 die ganze zeit das ist aber alles was gerade machen kann halt aber ja stimmt schon ich habe nicht genug kontrolle auf den ball um oder auch mal auf mein kart um es nicht so zu tun das ist das problem ich habe nicht so viel kontrolle ich verstehe voll was du meinst bist du noch eine konzentrationssache glaube ich ja ich glaube du kannst das auch ich war zurück ich war zurück ich war zurück schön oder aber da hatte ich gerade zum beispiel keine ahnung soll ich ranfahren durch hinten so weil wenn dann komme ich zu spät aber alle noch keine ahnung ich kann es sieht so low und ich fühle mich auch so low ich kann nichts machen in dem moment bruder ich bin hell ich kann nicht schnell genug reagieren um zu checken uns oh mein gott das ist doch wenig zeit zum reagieren gehabt oh gott das fühlt sich so dumm an du siehst du diesen ball in 5 kmh über dich rüberfliegen alter ich kotze die machen so dieses step der kommt auf unser tor brauche ich bin so ein haufen unfälle gerade so ich krass ich bin so ein opfer alter ich kann kotzen habe keinen boost bro ich habe nichts ja ich habe nichts ich habe gar nichts nichts habe ich ich hätte gerade diesen double dings um dahinter herzukommen und mit dir action zu machen und genau in dem moment sehe ich wieder bei mir vorbei roll ich habe das gefühl das ist auch so ein game ich werde nicht besser es ist ich bin auch ich bin auch max wo du spielst jetzt seit langer zeit zum ersten mal ja na klar aber ich meine jedes mal wenn wir spielen also guck mal sagen wir man also auch wenn man nicht regelmäßig spielt man wird ja immer so ein bisschen besser so fühlt sich jedenfalls in allen anderen games an weißt du sagen wir tag auf ich spiele meinen fünften tag auf dazwischen habe ich nicht gespielt ich fühle mich diesen war tag auf viel besser als die anderen bruder ich merke bei rocker league wenn wir spielen nie ein improvement keine ahnung ich kann immer noch nicht fliegen ich treffe immer noch die sachen nicht aber ja es hat auch viel mit konzentration zu tun stimmt schon es nervt es nervt so hart man man fühlt sich oft so dumm alter zu rennen mal bitte ja ab wir holen uns jetzt auf jeden fall noch mal ein win aber ich habe der epic games erfolg bekommen ich meine was wir mal mehr gut die drei goldenen streifen sind auch da naja das ist ja liga 3 das holen wir wieder ja man muss liga 4 sein für uprank only for subs dank für die 37 bro aoki xfam fünf wipes hast du nicht nur 150 stunden ich habe 600 stunden ja ich habe nie so viel gespielt das ist ja der point den ich gerade gemacht habe alles auf null du kannst alles oder wir zocken auch nur gegen deutsche das ist crazy wahrscheinlich hätte ich geil gehabt ja alles gut oh mein gott du kleiner was das war aber gut dass du da gesetzt hast das war wichtig mach du drauf gott wirklich diese wand dinge ich schwöre ich die hasse ich war drauf ich war drauf ich war drauf Jumper bro der ist so op und spart so viel boost alter ich benutze sie jetzt schon wieder jetzt schon wieder ja sorry ich war schon unterwegs ich habe null boost die ganze zeit ich habe null boost die ganze zeit Das hat auch eine Sache, dass man das halt gut einteilt oder besser gesagt, die Zwölferpads auf dem Boden sind auch unfassbar wichtig, dass man halt, wenn du zurückfährst, halt immer die auch mitnimmt. Ja, ich versuch's, aber das ist halt noch nicht so einfach, aber ich geb mein Bestes. Ich glaube allgemein, ich darf nicht so random manchmal reinboosten. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ja. Oh, überruppig bekommen. Hab wohl. Vielleicht du? Schön. Alles gut. Sehr gut, Bruder. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. W. Wichtig. Müsst mal wieder in Führung gehen, wir brauchen mal wieder was von Komponenten nach oben. Wichtig, wichtig, wichtig. Großes Weh, Alter. Wichtig ein Caps Lock, weh, Alter, in den Chat. What the fuck. Okay. Ich will Boost. Ich wurde gefickt, leider. Hab dich auch ganz... Ja, natürlich, GGs. Ich versuch mal. Oh, der kommt von denen wieder. Up put New York on a map. Gar kein Boostiger mit zwei Kammerer gegenfahren. Jetzt euch Boost. Jetzt hast du. Vielleicht du? Oh, der ist zu viel so schnell. Aber jetzt nochmal, guck mal. Das ist... Du bist... Nice. Schön, Kevin. Schön, Bruder. Schön, Bruder. Schön, Bruder. Geile Vorlage. Nice. Okay. Come on. Wir holen uns zurück, was uns gehört, Basti. Beide haben... Also beide so krass doppel committed, dass die halt beide weg aus dem Tor waren. Du hattest so viel Zeit, den jetzt einfach abzuschließen. Du fährst, ne? Yes. Noch eins. Schön, schön, Tor. Noch eins. Back to back. Der ist in Tor-Laune. Jetzt hab ich Bock, sag ich ehrlich. Jetzt hab ich Bock. Aber gut geredet. Da bist du da. Back to back. Ich glaube, ich darf auch nicht so random boosten. Ich versuch mal ein bisschen gechillt, den Boost zu usen. Also halt nicht am Anfang obviers, aber... Ja, wenn du das nicht anhättest, dass das gesagt wird, dann würdest du das gar nicht mitbekommen. Wie sie... Da hab ich mal wieder einen verwandelt. Doch, will ich. Klar. GGs. Haben sie gut gemacht. Wie fandst du das Tor von mir? Naja, war ein Power-Platte-Classic. Ich glaube, es sind mir mehr Tore so gelungen als richtig. Ich glaube, die Leute haben mehr Eigentore geschossen, als dass ich die Tore geschossen hab. Oder hat mich die Kamera gebumst? Hast du den? Nicht. Schön. Ja, wir haben den noch. War super. Du hast meinen Rücken. Oh, der kommt. Rutsches, rutsches, rutsches. Das ist oft. Boah, ich hätte den noch einmal berühren sollen, noch einmal touchen sollen vielleicht. Einfach nochmal touchen und dann hätte ich den reingemacht. Oh, du hattest den, glaube ich, ne? Ich hab auf einmal deinen Boost in meinem Nacken gespürt. Ich hab deinen Wind auf meinem Nacken-Härchen gespürt. Schön, Bruder. Einmal langgezogen. Jungs, auch mal langsam raus aus der Lobby. Union, Union, Union. Huren, Huren hat er geschrieben. Einfach trocken, Huren. Einfach trocken, Huren, Digga. Der ist die nächste. Der bringe ich zurück in Platin. So trocken. Auch mit I, Digga. Huren. Geil, der hittet immer. Oh, ich hab einen ungewöhnlichen Drop bekommen. Den würde ich kurz aufmachen. Ach, der geht raus, sorry. Der geht raus. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ah, wir sind jetzt runter. Okay, ja. Mein Team jetzt zwingt mich zum Zocken. Äh, Johnny Langlachs. Dank für die 8 Monate. Johnny, Junge. So ein geiler Name. Okay, okay. Er kommt nach links zu dir. Oh, das kracht. Okay, schön. Ich mach. Oh. Hab ich? Oh mein Gott. Er hat die auch bekommen. Von Allegren Knight. Der war so ein Stück drüber. Ich war. Hast du? Jo. Ja, sitz nach. Ich bin dabei. Oh. Open. Let's go. Boom. Boom. Das war auch echt scheiße für ein Ding, muss man sagen. Aber nehm ich. Am besten direkt den ersten reinmachen. Äh, aber da war noch einer. Aber war schon spitz, war spitz. Ja. Hey, beim nächsten Mal machst du es besser. Ja, sorry, man. Oh, ich seh gar nichts. Oh, fuck. Ich weiß nicht, hab ich den berührt nochmal. Schön, Bro. Bin, 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 bin. Oh, shit. Okay. Einfach zur Seite, einfach zur Seite. Ah, hab ich, hab ich, hab ich. Schön. Boah, ich dachte, ich kann den nochmal intercepten, Alter. Hast du? Boah, Digga. Boah, das war knapp. Schön. Habe ich? Ja, mach du, mach du. Ja, fuck. Ich hätte vielleicht früher drauf gehen sollen. Schön. Kommt, kommt zu dir. Achtung. Was mach ich? Was mach ich? Was mach ich? Ich hab geworfen, Bruder. My bad, my bad. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mastu, du bist der Beste. Holy shit. Sorry fürs rumschreien. Gute Arbeit. Alter, what the fuck. Boah. Hustle. Hashtag hustle, Hashtag grind. Boah, Bro, der wär so krass eingegangen. Ja, der wär so geil gewesen. Ach, du Scheiße, Digga. Ja, ich mach das. Ja, meiner war komplett meiner, Digga. Puh, Hashtag schade. Hashtag, man kann nicht immer gewinnen. Aber meistens. Okay, ich fahr. Yes. Kommt nach rechts. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Ich glaube, der nimmt den. Ich geh ran, ich geh ran. Schön. Oh, ich hab den nicht gut bekommen. Ich hab den nicht gut bekommen. Ich hab ihn ein bisschen gebremst. Ich geh ran, ich geh ran. Kannst du? Ja. Och, du. Fuh, Fuh, Fuh. Money. Hast Zeit, einfach zur Seite. Schön. Schönes Ding. Wir haben hier nochmal für den Basti einmal stupsen. Ja, wird nix, wird nix, wird nix. Gar kein Boost. Abbruch. Aber wenig Boost, wenig Boost, wenig Boost. Ich fahr zurück. Obwohl, ich fahr nicht zurück. Oh, komm, bitte, Achtung. Ja, ich hab Zeit, ich hab Zeit. Ein Tor. Nochmal für Basti, ein Stupsi. Das hat mir so ein bisschen ein Stegi-Quatschi-Quatschi gegeben gerade. Ja, das war jetzt auch nicht so, wie ich normalerweise reden würde. Schade. Oh, das ist sauber, ne? Nevermind, nevermind. Der Goat kam. Man, direkt da raus, das Anschluss-Tor. Bin, 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 bin. Schade. Ich fahr zurück, Tor. Hab ich? Ja. Ah, nicht gut, leider, nicht gut, leider, bekommen. Ne, doch, das passt. Digga, da saß ich wieder mit dem Fahrzeug. Da war ich wieder, ja, mittendrin, statt nur dabei. Da war ich drinnen. Wieder rein? Vorbei. Ne, oh mein Gott. Oh! Alles gut, das Teil? Alter, kompletter Unfall hier gerade. Holy. Hashtag Unfall. Ich hätte mir so, ne, Hashtags wieder cool waren, oder? Hashtags sind wieder uncool geworden, bro. Die sollten wieder cool werden. Oh, Hashtags waren das letzte Mal 2014 cool. Nein, die wird schon immer cool, bro. Bei den wahren Kings waren die immer cool. So wie Minecraft. Oh, schade, ich hab auch versucht. Na ja, wir müssen jetzt langsam das Tor schießen. Ach, wir brauchen noch eins. Ah ja, gut. Wir liegen eins, zwei hinten. Ja, vielleicht machen die auch noch eins. Oh, unspektaküle ist es. Oh, wie haben wir das verloren, Alter. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir sind am Führen, sorry. Scheiße. Hashtag schade. Hashtag scheiße. Ein letztes, ein allerletztes, muss ich mit einem Win aufhören. Komm, oder rein, rein. Musst du mal mal hoch ist? Oh, mit mal hoch, Junge. Da kann ich erst mal acht Leute drum navigieren und sagen, was sie zu tun haben, während ich 120 andere Aufgaben noch im Kopf habe. Was machst du morgen? Ich feiere mein acht Jahre Daily Streaming Jubiläum und mache einen großen 24 plus Stunden Stream. Ach so, der geht morgen schon los? Morgen um 11 Uhr, ja. Ach so, deswegen. Okay, check. Den werde ich mir morgen angucken. Juhu. Ich mache eine kleine Bruchparty. Okay, ich vertore. Schau drauf. Ja. War ein guter Fake. Worauf genau? Hast du nicht den Ball gesehen, den ich getroffen habe? Warte mal, siehst du nicht zwei Bälle, Bro? Ja. War ein motivierter. Ich versuch. Ich versuch. Ja, versuch mal. Digga, der ist hier kurz in meinem Zimmer vorbeigeflogen, gerade schon wieder. Digga, der ist einfach durchs Zimmer geflogen, wurde und wieder ins Game. Das Kevin, also dass du jetzt langsam hier die Bälle siehst, macht mich auch ein bisschen... War eins vor dem Bildschirm. Eins vor Schlag im Bildschirm, oder? Oh, aber gerade dieses Klapp an der Gebisse, Digga. Oh mein Gott, fuck's mich ab, Digga. Oh mein Gott, fuck mich's ab. Ist das krank. Klack, 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 klack. Du fährst. Ja, ich fahr. Bin ich ein Psychopath, wenn ich Rocket League mit Tastatur spiele? Ich glaube, Bassi spiele auch. Ja. Ich glaube, viele... Ist es nicht ein Ding irgendwie bei Rocket League, dass viele Leute mit Tastatur spielen? War das nicht irgendwie so? Nee, aber viele regen sich darüber auf. Also ich dachte... Ah, bei Trackmania meine ich, sorry. Trackmania ist das ein Ding. Kevin, jetzt... Einmal noch lang zu... Oh nein, ich hab ihn nicht richtig bekommen. Ah, vielleicht nochmal, er liegt noch. Nee, leider zu weit. Also Trackmania spielen Leute... Das ist... Was, Digga? Trackmania spielen viele Leute mit Tastatur auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich hab's irgendeinen Grund für. Boah, Digga. Werde reingehen. Ich versuch. Ja. Schön. Kommt der? Nee, ne? Den zweiten kann man... Ja, setz nochmal nach. Was? Ich wusste nicht wie. Hatte keine Ideen, war nicht kreativ genug. Kennst du so Mütter, die so... Also meine Mama ist immer so... Wenn WM ist, Digga, dann macht die immer so... Als wäre die Jürgen Klopp, macht die so immer so Calls, warum die deutsche Mannschaft verliert. Und dann sind immer so Sachen wie... Die sind nicht kreativ genug, die haben vorne keine Ideen. Digga, was heißt das überhaupt? Ja, das sind halt so typische Fußball-Floskeln. Die haben vorne keine Ideen, Digga. Achso, ja, natürlich. Aber guck mal, der zum Beispiel war gerade unnötig. Aber ich hab's wieder... Ich wusste, dass der da hinkommt. Das hätte ich nicht machen dürfen. Aber egal, ist nichts passiert. Hier, für dich. Oh, der kommt nicht, ne? Oh, vielleicht der? Oh, mein Gott, Bruder, schade. Ich hab keinen Bus leider. Ja, ich kann nur so ein bisschen. Hier müssen mehr über die Flügel kommen. Ach du Scheiße, Dinger. Alles gut? Hast du Boost? Ja. Dann... Ja, ich wollte gerade sagen, wir können Konter fahren, aber... Boah, Digga, der wäre vielleicht gekommen fast. Der wäre vielleicht fast gekommen. Ja, Scheiße, ist der drinnen? Naja. Schön. Fahr auf. Schöner Touch. Ich fahr nochmal. Ach du Scheiße, sorry. Hab ich, hab ich, hab ich auch. Ja. Digga, ist das Film hier. Ist wirklich Film. Oh, 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 oh. Der war heiß. Der war richtig heiß. Komm, Bruder, jetzt, 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 jetzt. Kämpf dich am Flügel lang. Oh, ich hab Ideen, ich hab mich mit Kreativ vorne. Was, jetzt, du? Sorry. War super, war super gut. Genau so müssen wir das spielen. Ich bin grad in Real Life. Digga, ich bin grad in Real Life die Wand hochgefahren. Digga, holy shit, ich bin so drinnen. Ich mach das auch nicht mit Absicht, Digga. Was ist das? Oh, sorry, Digga. Dumm. Naja, das ist die Idee, das war's. Oh, Mann. Irgendwie, also, verstehe mich nicht falsch. Klar, die haben zwei Tore gemacht, wir nicht und so. Digga, aber es fühlt sich... Oh. Oh, mein Gott. Mann, Bro, dass du die bringst. Packen wir jetzt die Discord. Die Discord-Sounds aus. Bro, wenn das... Oh, mein Gott, Digga. Scheiße, ey. Ja, komm doch, Alter, let's go. Ja, eine letzte, komm. Hilfst ja nix, Digga. Hilfst ja nix, die haben keine Ideen vorne. Die sind nicht kreativ genug. Sag ich dir, so wie es ist. Komm on, Papa, Platte. Hey, du musst gleich diesen Clip sehen, wo ich da die Wand hochgefahren bin, Bruder. Züge. Kranke Scheiße, ey. Okay, okay, da liegt der... Achtung, Achtung. Die gehen ran. Ich bin extra in der Mitte geblieben, aber. Okay. Oh, schade. Ich gehe nochmal der zwei weiter. Ne, da komm ich nicht ran. Ich fahr zurück. Oh, ne, oh, ne. Oh, ne, Digga. Der Taschenrechner, Bruder. Der Taschenrechner, wie er mich abfuckt, Junge. Ich meine, man kann nicht mal so ein E und so ein Z auf dem Taschenrechner machen. Was ist das? Weil manche spielen auf dem Taschenrechner mittlerweile Minecraft. Ja, okay. Bisschen in und herfahren, um den Gegner zu verwirren. Hat nicht geklappt. Ja, deiner. Okay. Das sind Sachen, mit denen ich hier nicht... Junge, ich habe einfach gerade eine Runde H1-Z1 gezockt. Das Game gibt es noch. Grafik, zwei Maulen in den Lobbys, nie mehr als zehn Leute. Der eine scheint APK zu sein. Da ist der einfach fester Torwart. Oh Gott, ich bin gerade aber auch... APK, danke, Kevin. Ich weiß nicht, ob es ein ernstes Danke war oder nicht? Ne, ne, for real. Ich habe den gerade richtig schlimm... Boah, mein Gott, Digga, es ist... Digga, ich habe Fallbrückzieher I-Rail gemacht gerade. Schein Fallbrückzieher I-Rail gemacht gerade. Ich knallte das Ding da hinten wieder hin. Mann, Alter, dieses Drecksgeber. Ja, ich war... Hier ist der Piso-Clo? Heißt der Piso-Clo im Enemy-Team? Ne? Ne, Piccolo. Sehr gut, nah dran. Nah dran, nah dran, nah dran. Schirmbruder, Schirmbruder, ist deiner, ist deiner, ist deiner, ist deiner, ist deiner. Ich habe keinen Boost. Oh, no. Nochmal? Och, Digga, triff doch, du Nutten, sorry. Machst du, machst du, machst du, machst du? Ah, ja. Kommt, komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Kommt! Und rein. Schön. Let's go, aber den haben wir gebraucht. Den haben wir gebraucht. Auf geht's, Hamburg. Wie hast du das so schnell gemacht? Wirklich, ich war rechts. Oh, mein Gott, Digga. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein Hurensohn. Du kleiner Bastard, du kleiner Bastard! Oh, mein Gott, Penis Pia, Alter, wie er heißt, Digga. Scheiße, Mann. Hey, waghalsig, cool. Der war ganz schön waghalsig, der Schuss. Komm, wir mal an den, ja. Ja, drei Minuten, Digga, das sind alle drinne. Zum Beispiel ein Tor von mir. Oh, was? Ja, das war gerade Retalk, was ich da im Boost vorher gemacht habe, war schrecklich. Yeah, yeah. Yeah. I feel hardcore. Das Einzige, was du gerade mit, du hast Zeit noch gemacht, war einfach den Ball einfach so zwei Meter noch so random vorlegen. Los. Jabbat, jabbat, dude! Oh, mein Gott, das ist so laut. Holy shit. Holy shit. Digga, das war so laut, Digga, das war noch mal laut, als du das davor, holy shit. Komm, vielleicht für dich, ich weiß nicht, ich seh's nicht. Ich muss ein bisschen zurück, ich hab gar keinen Boost, glaube ich. Boah, ich könnte ein bisschen ableiten, aber... Oh, oh. Ja, nütz. Bro, immer wenn wir eins machen, kriegen wir eins, Digga, ist das Müll, ey. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. I feel hardcore, ich hol mir rechts. Schön, Kevin. Mann, den muss ich direkt draufbringen. Ich geh. Ja. Zoll, du bist erstmal alleine. Alles gut. Ich geh nochmal. Komm vielleicht, ich weiß nicht, für dich vielleicht. Ach du... Scheiße. Ja, ich bin so kacke gerade. Digga, ich bin sommer Rudelbahn gefahren, I-Rail. Das war... Oh Mann. Ich hab mir den beschissensten Winkel auch wirklich ausgesucht zum Lospielen. Das war so bad. Scheiße, das Ding ist Aure, Mann. Wir glauben trotzdem dran. Müssen wir. Vielleicht passiert ein Wunder. Ach, Digga, Fiko. Hätte ich haben müssen, sag ich ehrlich. Mach du. Was drauf hinter dir? Hm. Habe ich mit dem Rückspiegel gesehen. Habe ich mit dem Rückspiegel gesehen. Und alle Zuschauer Feuerzeug in die Luft. Ja, du hast noch Zeit. Du kannst noch ein zweites Mal? Let's go. Was? Oh mein Gott, Alter. Dann höre ich diesen japanischen Sprecher da, Alter. Ich geh hinterher, ich geh hinterher. Ja. Direkt noch am zweiten. Nein, das ist over. Ich kann nicht mehr. Mann, Junge, jetzt macht der hier Ratsch den Charlotte hier. Ach, das ist over. Die Map und die Regen Map haben mich gebrochen, Alter. Kevin, das war doch trotzdem ein lustiger Abend. Ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Ein Downrank? Das auch, aber ich hatte sehr viel Spaß. Ach so. Es waren sogar fast zwei Downranks, aber... Rocket League muss häufiger gespielt werden. Warte mal, hier ist gerade ein Clip rein von der Vigie. Ja, ich habe auch Dodge 1 und Dodge 2. Ja, das gucken. Welchen hast du? Dodge 1 oder Dodge 2? Ich habe zu arg drin. Ich weiß nicht genau, was das ist. Schick du jetzt mal deinen? Ich habe die beiden hier. Dodge 1. Dodge, sorry. Okay, lass mit Dodge 1 anfangen. 3, 2, 3, 2, 1, go! War super, war super. Genau so müssen wir das spielen. Digga, wie sitzt du denn da? Ich weiß auch nicht. Digga, ich bin gerade wieder. Digga, ich bin gerade wieder auf die Wand hochgefahren. Digga, hast du VR auf? Ich bin mit VR drinne, Digga. Vor allem, dass ich da auch nochmal diese Wand hochfahre. Ich schwöre, ich saß im Auto, Digga. Okay, jetzt den zweiten. Ja, die 2, 3, 2, 3, 2, 1, go! Ich bin gerade aber auch. Ja, das war ein normaler, ob das ein ernstes Danke war oder nicht? Nee, nee, voll. Ah, nee, da kommt noch was, da kommt noch was, da kommt noch was. Oh mein Gott! Scheiße, okay, ich habe den hier drin, der heißt zu arg drin, aber kann auch derselbe sein, ich weiß nicht, wenn du nur 0 bist. Ja, ich glaube, das ist der. Aber ja, warte, 3, 2, 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, jetzt. Ich bin gerade Real-Life, Digga, ich bin gerade Real-Life die Wand hochgebracht. Digga, ich stehe auf, weil du fällst vom Stuhl einfach. Oh Mann, oder ganz ehrlich, wofür VR-Brille? Wenn man es auch so haben kann, ne? Aber warte, hier ist doch der hier, das ist der Hamburg Clip, den finde ich auch stark. Warte. 3, 2, 3, 2, 1, go! Machst du, machst du, machst du, machst du? Kommt, komm, 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 komm! Ja, ja, ja! Kommt und rein! Schön! Let's go! Den haben wir gebraucht, den haben wir gebraucht! Yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah! Auf geht's Hamburg! War das ein gutes Game eigentlich, ne? Auch wenn ich die ganze Zeit im Helden war, aber es ist ehrlich ein gutes Game, Bro. Rock League ist cool, man. Ist halt auch so ein zwischendurch Ding. Muss man nicht so krass grinden, ums Spaß zu haben. Hoffentlich dutschst du bei der Gurkensauce nicht und fällst aus dem Auto. Ja? Ich danke dir für den schönen Abend. Ich auch. Ich verabschiede mich heute. Mach das, Bro. Ich überlege gerade Loki, ob ich Fortnite spiele, was mir jetzt gar nicht gut ist. Anscheinend hat mich Rock League mehr gebrochen, als ich dachte. Ach du Scheiße, Digga. Alright, Bro. Dann, ey, Bruder, ich wünsche dir morgen, was ist es genau? Acht oder neun Jahre schon? Acht Jahre. Acht Jahre jeden Tag Streaming? Special? Ja, genau. Also das ist am 14.01., aber wir streamen sozusagen in den hinein. Ja, ja, verstehe. Bro, krass. Ey, ich wünsche dir viel Erfolg, Mann. Danke, mein Bestes. Gib Vollgas. Ich gebe alles. Minecraft ist meine Leidenschaft. Ich will es allen zeigen. Nö, du schaffst das. Mach mal mindestens bis 13 Uhr in Hostan rüber. Also, warte mal, meinst du jetzt am Samstag? Nee, am Sonntag. Am Sonntag. Weil da gehen wir dann live mit unserem Winterurlaub. Da geht der jetzt los. Ich sag ehrlich, wenn wir 13 Uhr... Boah, wenn wir 13 Uhr durch sind, wäre ich echt, das wäre echt cool. Warte, warte, warte. Denkst du, es dauert länger als 24 Stunden? Ja, zu 100 Prozent. Es wird länger als 36 Stunden, glaube ich, dauern. Boah. Und ohne Schlafen? Ohne Schlafen. Ohne Schlafen. Also, zwei Nächte mache ich nicht durch. Also, das... Crazy. Also, ich werde... Bei 36 Stunden gehe ich dann schon aber auch Richtung Schlafen. Also, ich glaube, da werden die anderen auch in die Richtung... Wichtiger hat er noch Schule am Montag. Hahaha, Digga. Ich habe gestern so dieses No-Risk-Video geguckt, ne? Ja. Ohne jetzt hier den Stegi machen zu wollen und dich aufzuhalten. Aber ich habe gestern so dieses No-Risk-Video geguckt und er hat halt sowas gecodet irgendwie. Und dann war er halt auch Wichtiger dabei. Und er hat halt so drauf reagiert. Und alle waren immer so... Also, da war halt auch Veto dabei. Und Veto hat halt so voll ruhig reagiert. So... Er hat dann, glaube ich, so, ähm... So Hulk oder so hat er programmiert, ne? Mhm. Und er hat so ganz ruhig reagiert, so... Hat die Fähigkeiten ausprobiert und so. Dann kam so Fabo auch so voll ruhig. Und dann kam so Wichtiger, Bro. Und er hat immer so reingeschrien, so... Oh mein Gott! Das ist die heftigste Mod ever, Bro! Er ist so hyper ausgerastet. Ja, okay, ist schon geil, aber, Bro, chill, Alter! What the fuck? Bruder, ich... Er ist so ausgerastet, dass ich überlegte, ob es irgend so ein Insider von dem ist oder so. Wenn es das... Es ist ja so crazy, so, Bro. Also, oh mein Gott! Als... Keine Ahnung, Bro. Als konnte die... Weiß ich, die Mod konnte irgendwie... Weiß ich nicht. Wir sagen seit Jahren, dass wichtiger kleine Bruder von, ähm... Norris ist. Und das ist halt so vielen Jahren jetzt... Wir sagen es zu lange, dass sehr viele Leute... Also, es ist ja auch so, aber... Sehr viele Leute glauben das. Ich sag dir ehrlich, ich hab's gestern fast geglaubt. Weil er hat gesagt, oh mein Gott, mein Bruder ist der Beste oder so. Ich dachte, Digga, was? Das ist auch so geil, dass wir das auch so weiter... Als wir das halt so weiterballern. Hab ich die Memo nicht bekommen, Alter? Ach, Digga. Ich weiß nicht... Wenn auch keiner so reden würde, keiner... Würde... Wenn beide so Minecraft-Youtuber sind, keiner würde sagen... Das hab ich bei meinem kleinen Bruder gesehen. Mein großer Bruder macht das! Digga, ich muss das kurz finden. Jetzt schlage... Hier, hey, Leute. Alles klar. Ich übertrag dir kurz. Ich guck das so, Bruder, so zum Einschlafen, ne? Das war meine Lektüre. Da guck ich einmal nicht ein Basti-IG-Video zum Einschlafen, sondern eins von Norisk. Und dann ist es das. Hallo? Dann geb ich mal das hier... Oh mein Gott! Bruder, ey. Immer so, Digga, ey. So, Bro. Es ist noch gar nichts passiert, Digga. Als ob du auch den Kopf so bewegst, weißt du? Ja. So, Digga. Dann geb ich mal das hier... Oh mein Gott, ey. Digga, das ist die ganze Zeit so. Er guckt die Hälfte der Zeit einfach weg. Er guckt einfach zur Seite. Warte, das ist noch nicht die teure Mod. Warte, 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 warte. Oder? Man hätte jetzt auch hingehen können und einfach nur so ein Loch machen können. Guck mal so richtig ruhig, Veto. Ja, einfach. Naja. So angebrochen sind. Das ist ein ziemlich nettes Detail. Finde ich sehr geil. Und wenn wir Mops schlagen, fliegen die auch ein bisschen weit weg. Das ist nice. Das ist das Geilste, was ich jemals drin in meinem Leben habe. Das ist das Geilste, was ich jeden in meinem Leben gesehen habe. Warum ist hier so drin, Digga? G den Thunderclap und V halten für den... Guck, wie ruhig alle anderen sind, Digga. Das ist auch Veto wieder ohne Facecam aufnimmt. Ach, nicht so sauer. Und wenn wir jetzt V loslassen... Warte, hat nur mein Spring so geshakt? Oder war das bei euch auch? Hä, wie geil ist das gemacht? Also, clap. Wir drücken mal G. Wie geil ist das gemacht? Die Animation dazu, hä? Wie cool. Junge, das ist das Geilste. Das ist das Geilste, was Norisk je gemacht hat. Alter, wow, wirklich. Dafür eigentlich... Stell dir mal vor, was Norisk in einer Woche machen kann, Junge. Digga, das sind wirklich sehr geile Videos. Am geilsten ist wirklich dieser Erste, Bro. Er hier ist der Beste. Warum ist das nur ein Schwein? Okay, was passiert, wenn ich das Ding jetzt schlage? Gar nichts. Aber wenn ich das rechts klicke, kann ich das... Ah, die war das noch weiter vorne, ne? Das ist ziemlich geil. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte, warte, warte. Was passiert jetzt, wenn ich... Was? Digga, so geil. So geil, ey, das ist schon so witzig, Mann. Geil, alright, Bruder, ich will dich gar nicht aufhalten. Du musst fit sein, morgen Krieger. Morgen wird geackert und gecraftet. Digga. Mein Bruder, du holst das morgen, alright? Ich schaffe das, ich werde alles hinbekommen. Geil. Geil. Mach mich stolz. Echt, ich gebe mein Bestes. Mach mich und die Minecraft-Community stolz. Mein... Mein Großer. Ja. Geil, Bro. Geil, Bro. Saw doch geschafft, Guckmann. Gute Nacht. Tschüss. Boonast. Tschüss. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Alright, chat. Was machen wir jetzt?